Das Schlimmste, was du als Chef oder als CEO tun kannst, ist, den Leuten permanent dazwischen zu fummeln. Was waren so diese prägenden Ereignisse, die sich dazu geführt haben, so ein starker Charakter zu sein? Mein Vater war der absolut größte Mentor in meinem Leben. Es gibt sicherlich niemanden, der mich, was Geschäftliches angeht, mehr geprägt hat. Wir schlafen als Land gerade ein. Wir lassen uns die Butter vom Brot nehmen, von anderen Wirtschaftsräumen, auch wenn wir unglaublich viel zu bieten haben. Wir sind zu bequem, zu fett, zu langsam, zu ängstlich. Da kommen häufig junge Leute gerade jetzt auf mich zu und sagen, ich möchte auch reich werden, wie werde ich Unternehmer? Wir neigen ja dazu, als Menschen systematisch zu überschätzen, was wir in einem Tag tun können und systematisch zu unterschätzen, was wir in einem Jahr tun können. Schnelle Autos, schwarze Boote, viel Luxus. Ein internationaler Unternehmer. Die reichsten Menschen auf diesem Planeten sind seine Kunden. Einer der krassesten Personal Brands. Wir durften mit Konstantin Buschmann, dem CEO und Inhaber von Brabus, sprechen. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Leute wie Cristiano Ronaldo und Drake fahren seine Autos. Brabus ist als Pionier im Luxusautomobilsektor bekannt und hat sich durch das kontinuierliche Streben nach Perfektion und maßgeschneiderte Exzellenz einen sehr, sehr großen Namen gemacht. Damals im Jahr 1977 als Startup von Bodo Buschmann, dem Vater von Konstantin, begründet, hat sich Brabus zu einem globalen Player entwickelt, der mittlerweile in über 100 Ländern vertreten ist. 2018 dann der Schock. Bodo Buschmann ist verstorben. Von dort an musste Konstantin alle Aufgaben seines Vaters übernehmen. Wie muss man sich in so einem Moment fühlen, eine so große Verantwortung in die Hand gelegt zu bekommen? Im Gespräch mit ihm wird deutlich, dass Konstantin ein absoluter Experte ist, wenn es um Themen wie digitale Transformation, Modernisierung und Markenaufbau geht. Außerdem teilt er exklusiv seine Erfahrungen mit uns, seine Herausforderungen und Triumphe auf seinem Weg zur Spitze. Freunde, ich erzähle euch mal was. Ich war 2019 in Düsseldorf unterwegs und habe so einen Store gesehen, so einen Bravo-Store. Ihr kennt alle Brabus. Und es war für mich sehr, sehr crazy. Ich war noch Student damals und habe mir gedacht, wer kauft sich diese Karren? Und ungefähr ein Jahr später oder zwei kommt plötzlich ein Post von Cristiano Ronaldo. Ich schaute mir, ah, das sind die Leute, die solche Karren kaufen. Und das war mein erster Gedanke, als ich hierher gefahren bin. Und jetzt sitzen wir hier im Chef-Office von einem der geilsten Personal Brands, das CEOs angeht, in Deutschland. Wir sind bei Konstantin Buschmann von Brabus. Geil, hier zu sein. Schön, dass ich da sein darf. Dass ich bei euch... Guck mal, es geht direkt schon los hier. Direkt zerstört. Da haben wir das mit dem Mikrofon. Perfekt. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, herzukommen. Habt ihr auch ein bisschen was gesehen heute auch schon. Und ich habe euch hier im Laden umgeschaut, wo wir natürlich alles produzieren in Bottrop bei uns, bei Brabus. Und deshalb, ich bin gespannt, dass wir heute alles besprechen. Yes, yes. Danke, dass wir hier sein dürfen. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Ehre. Wir haben einige Fragen mit dabei, die uns auch brennend interessiert haben, schon bevor wir wussten, dass wir einen Podcast mit dir machen. Maurice und ich, wir setzen uns immer bei uns im Office hin und schreiben uns runter, wer sind so Gäste, die wir gerne bei uns hätten im Growth-Podcast. So heißt jetzt unsere neue Podcast-Season, Growth, weil darum soll es bei uns gehen. Nicht mehr so finanzzentriert, sondern einfach mit Menschen, die Wachstum fördern und andere Menschen inspirierend zu wachsen. Und eine Frage, um dieses Thema dann auch abzuschließen mit der Story, die ich am Anfang erzählt habe. Wenn jetzt ein Cristiano Ronaldo oder wie vor kurzem ein Drake bei euch ein Auto kauft, wie ist denn das? Melden die sich dann wie andere auch über die Website oder direkt bei dir? Kommen die über Kontakt deine Nummer oder wie funktioniert das? Sowohl als auch. Das ist also interessant. Grundsätzlich sind wir natürlich als Marke in dem Bereich, wo wir unterwegs sind. Erstmal muss ich ganz klar sagen, ist das was Normales. Das passiert nicht jeden Tag, aber es passiert regelmäßig. Und es sind die Produkte, die wir bauen naturgemäß auch teuer. Und das passiert regelmäßig und es kann aber über alle möglichen Kontakte passieren. Es kann sein, dass mich mal jemand persönlich anruft. Es kann sein, dass mir tatsächlich jemand über Insta schreibt. Es kann sein, dass jemand schon einfach länger Kontakt zu uns hat. Es kann über das Management passieren. Was auch häufig der Fall ist. Also die meisten dieser Leute, die meisten dieser Kunden haben jemanden, der sich für sie um Autos kümmert. Und nicht nur um Autos, sondern um alle möglichen Dinge kümmert. Und das passiert auf völlig unterschiedlichen Wegen. Ich denke, jetzt ist es kein Geheimnis, dass du mit höchst prominenten Menschen zu tun hast. Was würdest du sagen, was ist so die prominenteste Nummer bei dir in der Kontaktliste? Tut mir leid, dass ich ganz kurz stören muss, aber ich habe hier eine ganz kurze Bitte an dich. Diese Videos regelmäßig zu produzieren, uns den Weg zu machen zu unseren Podcast-Gästen. Das ist zwar mega aufwendig und sehr kostspielig, aber es macht uns einfach mega viel Spaß. Tut uns bitte einen kurzen Gefallen, abonniert diesen Kanal, liked dieses Video. Und zwar genau jetzt. Das dauert nur eine Sekunde und damit unterstützt du uns extremst und stellt natürlich auch sicher, dass wir auf diesem Level weitermachen und uns sogar steigern können. Vielen Dank und jetzt viel Spaß weiterhin mit dieser Folge. Die prominenteste Nummer in meiner Kontaktliste ist ganz einfach, meine Freunde. Schön gesagt. Und die wichtigste. Und darüber hinaus, ich war im Urlaub und am zweiten Tag ging mir mein Handy kaputt. Und ich stand an der Rezeption in Tirol und fragte, wo ist denn hier der nächste Apple-Store? Und die Dame fing an zu lachen und sagte, ja, München ist zweieinhalb Stunden weg. Darüber hatte ich dann zwei Wochen Handy frei und saß dann leicht schwitzend im Apple-Store. Als mir der Berater, da sagte er, ja, die Daten sind weg. Und dann fing ich nämlich an, darüber nachzudenken, wie viel das wohl wert sein könnte, dieses Telefonbuch. Und ich habe zum Glück ein Backup gehabt. Oh ja, Gott sei Dank. Ich habe dann ein neues Telefon gekauft, das alte mal schön zur Seite gelegt für den Unfälle, obwohl es gar nicht mehr anging und habe auch Glück gehabt, dass ich es noch wieder kriegen konnte. Also es ist sicherlich so, dass wir natürlich von, wir leben von zwei Dingen, von der Marke und von unseren Kunden. Und zum Glück arbeiten wir mit vielen dieser Menschen seit Jahren zusammen. Es kommen immer wieder neue dazu und bis jetzt ist es zum Glück so, dass die, die dann einmal Kunde bei uns waren, auch immer wieder kommen. Und das ist für mich ehrlich gesagt das beste Feedback. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir haben ja auch gerade eine Werksführung bekommen und das war ja für uns vor allem als Typen ja nochmal sehr, sehr emotional, wenn du solche Wegen siehst. Und was mich auch sehr interessiert, hast du einen Favoriten? Hast du zu irgendeinem Auto eine besonders emotionale Bindung? Interessanterweise werde ich häufig gefragt, was fährst du denn am liebsten? Und meine Antwort ist tatsächlich immer das Nächste. Also ich mag ganz viele unserer Autos, aber auch Boote oder Motore da immer aus verschiedenen Gründen. Und mich fasziniert das Design und Entwickeln von solchen Produkten. Ich fahre die Autos auch total gerne, mich falsch verstehen, natürlich. Aber ich freue mich immer, es laufen ja immer Entwicklungsprojekte und ich freue mich einfach immer, das nächste Auto zu sehen, wenn es fertig ist. Insofern meine Antwort ist tatsächlich immer das Nächste. Es ist so, als wenn du mich fragst, wenn du bei Louis Vuitton reinläufst, magst du die Socken, die Schuhe, den Schal, die Jacken, die T-Shirts oder die Pullis lieber? Und alle diese Dinge gehören zum guten Outfit dazu. Jetzt kannst du natürlich nur ein Auto auf einmal fahren, aber ein GLS 900 oder Brabus 900 auf Basis GLS 63 ist ein völlig anderes Auto als ein 900er auf Basis G 63. Also aktuell zum Beispiel Brabus 900 Super Black oder Deep Blue, beides total faszinierende Autos. Das ist ein tolles, spannendes Beispiel, weil ein aktuelles Elektroauto, der neue Brabus Hashtag One, Hashtag One Brabus, sorry, so rum, den wir mir Smart gerade auf den Markt gebracht haben. Das ist ein absolut faszinierendes Auto, völlig anderes Segment. Und unsere 1300R ist ein tolles, faszinierendes Motorrad. Und jetzt gerade, während wir hier sitzen, ist ja die Boot in Düsseldorf, bei der wir ein neues Boot als Weltpremiere vorgestellt haben. Unsere 45 Fuß lange Brabus 1200 oder 1200. Faszinierendes Boot. Ist die jetzt besser als die 37 Fuß Shadow 900 oder ist der GLS besser als der G? Das sind alles völlig unterschiedliche Produkte. Und die haben alle ihren Platz in der Brabus-Welt. Du hast ja vorhin gesagt, immer das Nächste, das scheint ja auch wirklich so ein Teil der DNA zu sein. Was würdest du sagen, war das schon immer so? Oder unterscheidet sich das, was ihr heute macht, extrem zu dem, was dein Vater beispielsweise gemacht hat? Also wir machen das jetzt hier am Standort seit 47 Jahren. Seit Ende 1977 hat mein Vater den Laden hier gegründet. Und natürlich hat sich das über die Zeit immer wieder gewandelt. Ich führ den Laden jetzt seit fünf Jahren. Mein Vater ist leider gestorben in 2018, sehr plötzlich. Und ich habe zum Glück, zum Glück ist es schwierig in dem Zusammenhang, ich meine es aber folgendermaßen, zum Glück war ich schon im Board und zum Glück habe ich schon viel Erfahrung gehabt in der Firma und konnte insofern relativ schnell in diese Rolle auch reinwachsen. Auch wenn das damals, gibt es einige spannende Podcasts drüber, eine Mörderzeit war. Eine absolute Krise und für mich persönlich auch eine sauschwere Zeit. Ja, das glaube ich. Das hat sich seitdem sehr vieles verändert. Und es ist, glaube ich, auch richtig so, dass wenn du von einer Generation in die andere übergehst, dann ist halt sicherlich, wenn zwei Generationen vorher zusammenarbeiten, eine Diskussion stattgefunden. Die jüngere Fraktion ist meistens die und die jüngere Generation ist meistens die, die dafür steht, Dinge zu modernisieren, neu anzutreiben, schneller zu machen, immer was Neues, was anderes auszuprobieren. Und die konservativere Seite, der Ältere in dem ganzen Spiel ist meistens der, der vielleicht auch schon viel, das war bei uns so, der schon viel erreicht hatte, sich und allen anderen alles bewiesen hatte und vielleicht auch in einem Alter ist, wo sich der Lebensmittelpunkt einfach auf andere Dinge verschiebt. Und das ist vollkommen in Ordnung. Natürlich hätte ich noch länger gerne mit meinem Dad zusammengearbeitet. Aber in dem Moment, als ich dann der Neues hier und innerbar war, der Firma war klar, aus verschiedenen Gründen, nicht nur aus uns heraus, sondern auch aus den Gründen, aufgrund dessen, was im Moment bei uns in der Branche passiert, an technologischem Wandel und an Fortschritt, dass wir nur einen Weg haben, nämlich nach vorne. Was würdest du dann sagen oder zusammenfassen, auch ganz kurz jetzt, also was ist die Vision heute von Brabus und was war die Vision damals? Eine kurze Sache in Eigenwerbung. Wir haben dieses Jahr den Grove Campus eröffnet. Mit dem Grove Campus haben wir das geschaffen, was wir selbst mit 18, 19 oder 21 vielleicht immer gebraucht hätten. Es ist der rote Faden, durch den ich selbst so viele Fehler auf dem Weg zu Wohlstand und finanzieller Unabhängigkeit vermeiden hätte können. Denn wir wussten damals nach der Schule nicht, was man tun muss, um viel Geld zu verdienen. Wir wussten nicht, wie man sein Geld richtig investiert. Wir wussten nicht, wie man eine erfolgreiche Gehaltsverhandlung führt. Und auch nicht über Unternehmertum. Wir wussten vor allem nicht, wie man sich systematisch ein Vermögen aufbaut. Es war damals so, als ob man das Thema nur verstehen könnte, wenn man in einem reichen Elternhaus aufgewachsen ist. Wir mussten uns alles selbst mit Trial and Error und ärgerlichen Fehlern und teuren Fehlern selbst beibringen. Und genau dieses Problem haben wir in Zusammenarbeit mit den besten Experten im deutschsprachigen Raum jetzt gelöst. Im Grove Campus zeigen wir dir, wie du dein eigenes Business von Null auf startest. Du erfährst, welche lukrativen Geschäftsmodelle heutzutage wirklich funktionieren. Und das Beste ist, du kannst diese wertvollen Skills auch gleich noch von den besten Experten im deutschsprachigen Raum erlernen, sodass du dein eigenes Business sofort starten kannst. Darunter Videokartig, Filmmaking, virale Reels, Copywriting und E-Commerce, Dropshipping, Webdesign, die Implementierung von AI-Tools oder auch Sales, Vertrieb und Telefonverkauf. Das alles und mehr findest du in unserem brandneuen Club. Und obendrauf bekommst du selbstverständlich auch alle Inhalte, die wir bei Teaching Finance von Anfang an stehen. Du bekommst Schritt für Schritt gezeigt, wie du dein Geld mit den richtigen Investments passiv für dich arbeiten lässt. Wie du massiv an Steuern sparst, auch als Angestellter und hohe Gebühren und Provisionen in Finanzprodukten vermeidest. Uns war wichtig, dass sich die brandneuen Inhalte wirklich jeder leisten kann. Denn wir wollen im Jahr 2024 das Leben von euch wirklich verändern. Und deshalb ist der Preis ein absoluter Witz im Vergleich für das, was du geboten bekommst an Value. Schau gerne unter der Videobeschreibung, um mehr Infos zum Grow Campus zu erhalten. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Noch vor 10 Jahren oder 15 Jahren hätten wir uns selber beschrieben als der weltweit größte unabhängige Fahrzeugveredler. Und heute ist die Mission von Brabus ganz klar One Second Wow. Luxusmobilität, die dich sofort fasziniert, die sofort eine emotionale Reaktion in dir auslöst und die du sofort der Marke zuordnen kannst. Das ist eine Erweiterung des Gedankens und es ist eine logische Weiterentwicklung des Gedankens. Wobei wir heute auch nicht mehr nur Produkte veredeln, sondern teilweise wirklich von Grund auf auch eigene Produkte entwickeln. Zum Glück, das war auch notwendig. Ich schätze mal, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich schätze mal, dein größter Mentor war zum Zeitpunkt, als dein Vater noch gelebt war, dein Vater. Absolut, 100 Prozent. Und jetzt hast du so eine Rolle mit so viel Verantwortung, mit so vielen Mitarbeitern. Wir sind ja hier rumgelaufen, das ist ja unglaublich. Und ich frage mich, wenn man dieses Level erreicht hat, man will sich ja ständig weiterentwickeln. Von wem lernst du jetzt? Wo holst du dir Inspiration, Inspirationsgefühlen, Weisheiten? Also ich lerne jeden Tag, die ganze Zeit. Es gibt eigentlich kein Meeting, was ich habe, in dem ich nichts lerne. Und ich glaube, dass es heute ein ganz wesentlicher Teil meiner Aufgabe ist, mit sehr, sehr offenen Augen durchs Leben zu gehen und überall wie ein Schwamm Ideen aufzusaugen. Das können die banalsten Dinge sein. Von der Frage, wie eine Türklinie gestaltet ist oder heute Morgen hatte ich eine Diskussion über Treppengeländer, weil ihr habt es gesehen, wir gerade hier viel aufbauen. Also die Frage, ist das jetzt Alu oder Stahl oder welcher Handlauf da dran? Wirklich die banalsten Themen bis hin zu der Frage, gehen wir jetzt noch eine Größe größer nach unserer 45 Fuß, die wir gerade veröffentlicht haben? Und was bedeutet das an Invest und Risiko? Oder wann designen wir das nächste Motorrad? Möchten wir noch eine Marke ins Portfolio aufnehmen, zu denen, mit denen wir uns sowieso schon beschäftigen oder nicht? Also von wirklich grundsätzlichen strategischen Fragen bis hin zu alltäglichen Banalitäten und vermeintlichen Banalitäten, muss ich mich immer wieder mit der Frage auseinandersetzen, was ist aktuell, was passt zu uns, wie wollen wir es machen? Denn das Eigentümer meines Familienunternehmens bist du ja für all diese Dinge hinterher gesamtverantwortlich. Wenn eine Tür oder ein Treppengeländer doof aussieht hier im Laden, ist das genauso meine Verantwortung wie das Kaugummi auf dem Parkplatz und es ist genauso meine Verantwortung wie der Look der Büros und es ist genauso meine Verantwortung wie die Frage, ob wir ein Produkt jetzt nun entwickeln und vorstellen und ob es gut oder schlecht ankommt oder eben nicht. Was mich sehr interessiert, wir sind ja auch Unternehmer jetzt nicht so lange wie du, also seit zwei Jahren sind wir in einem Game drin, haben jetzt letztes Jahr 1,3 Millionen gemacht. Das wäre auch schwierig, ich meine, wann seid ihr geboren? 98. 97, na guck mal, 47 Jahre müsste da rückwärts laufen. Ich auch, also. Ja, und wir kennen ja unsere Herausforderung, wir wollen jetzt von 1,3 Millionen dieses Jahr auf 3 Millionen kommen und wir wissen genau, welche Steps zu tun sind, um das zu bewältigen und welche Herausforderungen auf uns zukommen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, in der Sphäre von euch, ihr habt gesehen, ihr macht neunstellige Umsätze. Und ja, was hält dich nachts wach, was sind denn die großen Herausforderungen? Jetzt nicht im Sinne von operative Kleinigkeiten, sondern, ja, was ist so die große Challenge bei dir? Grundsätzlich glaube ich, wachsen mit der Unternehmensgröße zwar die, es wachsen der Umsatz und der Profit, es wachsen aber auch die Risiken. Also es wächst die Aktivseite in der Bilanz, es wächst die Passivseite in der Bilanz. Und ich habe mal eine spannende Diskussion geführt mit dem Unternehmer, ein viel, viel größeres Unternehmen hatte, als wir das hier haben. Und er sagte, weißt du was, Konstantin, wenn du richtig Mist baust, dann machst du mal in einem Jahr, dann machst du ein paar Jahre nacheinander 20, 30, 40, 50 Millionen Verlust und dann bist du pleite. Und wenn ich richtig Mist baue, dann mache ich zwei, drei Jahre nacheinander 500 Millionen Verlust und dann bin ich auch pleite. Also die Risiken wachsen mit. Und gleichzeitig haben wir ja alle nur 24 Stunden am Tag. Und innerhalb dieser 24 Stunden musst du dich so organisieren, dass du die Organisation geführt bekommst. Und zwar unabhängig davon, wenn wir jetzt mal das Standardbeispiel einer Armee nehmen, dann musst du diese Armee geführt bekommen, ob du jetzt 100 Soldaten hast oder ob du 1000 Soldaten hast oder ob du 100.000 Soldaten hast. Du hast immer nur diese 24 Stunden. In diesen 24 Stunden willst du auch noch schlafen, was essen, du hast irgendwo noch ein bisschen Privatleben, möchtest du mal mit deiner Familie sprechen oder deine Kinder sehen. Und du musst deine Arbeit machen. Und das ist für Barack Obama so oder für Joe Biden so, für euch so, für mich so, für ihn so. Dementsprechend, du musst auf der Prozessebene angreifen. Ich muss mich hier anders organisieren, als jemand, der beispielsweise einen Handwerksbetrieb mit 10 Leuten führt oder 20 Leuten führt. Und ich muss mich auch anders organisieren, als jemand, der einen Konzern mit 50.000 Angestellten führt. Und es muss zum Laden passen. Wenn es nicht zum Laden passt, merkt man das meistens ganz schnell. Dann bist du entweder zu weit weg oder du bist zu nah dran. Und die Frage, die ich mir konsequent, eine Frage, die ich mir konsequent stelle, ist, wo schaffe ich am meisten Wert? Das ist auch eine Frage, die stelle ich mir jedes Jahr wieder. Es ist jetzt gerade, wir drehen den Podcast jetzt ja hier im Januar. Es ist eine Frage, die ich mir jetzt am Anfang von 2024 auch wieder stelle. Und mit der ich, ehrlich gesagt, ziemlich vielen Leuten hier auf den Geist gehe und auch viele organisatorische Umstellungen vornehme. Es wirkt sich also ganz konkret auf Abteilungen, auf Positionen, auf verschiedene Berufe aus. Indem ich zum Beispiel gesagt habe, ich war die letzten fünf Jahre sehr, sehr nah an der Front. Ich war in sehr vielen Themen, sehr aktiv mit drin, habe also tatsächlich an vielen Stellen jede Türklinke mitdiskutiert. Und das auf Kosten meines Privatlebens und auf Kosten meiner Gesundheit. Und das möchte ich zum Beispiel dieses Jahr ganz klar anders machen, weil ich inzwischen merke, ich schaffe den Wert, schaffe ich wirklich Wert, wenn ich in so vielen Themen selber mit dabei bin. Ich glaube, dass das nicht mehr so ist und das ist jetzt eine typische Veränderung. Es ist sicherlich bei euch ähnlich, dass ihr euch zum Jahresanfang Gedanken macht. Du musst immer wieder hingehen, musst dich fragen, wo schaffe ich als CEO den meisten Wert? Und wenn ich Dinge finde, wo ich nicht hingehöre, wo ich den Leuten nur im Weg rumsitze oder am besten noch mehr alle zuhören müssen, weil ich ja der Chef bin und dann eben im Meeting sitze, raus, lass die Leute machen. Das ist eines der besten, ich glaube, einer der größten Erkenntnisgewinne meiner letzten Jahre hier ist, du musst erstmal dafür sorgen, dass du sehr, sehr gute Leute im Laden hast, also stell Experten ein und dann lass bitte die Experten machen. Das Schlimmste, was du als Chef oder als CEO tun kannst, ist, den Leuten permanent dazwischen zu fummeln. Dann hast du ja eins von zwei Problemen. Entweder kannst du es selber nicht lassen oder du hast die Falschen geholt, weil entweder vertraust du den Leuten nicht genug oder sie sind wirklich nicht gut genug. Also entweder hast du selber ein Problem, dass du da weg musst oder du hast einfach die Falschen geholt. Würdest du das jemandem auch weitergeben, der jetzt komplett am Anfang steht? Also ist das allgemeingültig oder würdest du sagen, erst ab einem gewissen Grad? Es gibt natürlich, es gibt immer die perfekte Lösung. Die heißt dann, nimm den Besten. Den Besten kannst du aber in vielen Situationen, den oder die, den Besten oder die Beste kannst du natürlich in vielen Situationen, einfach nicht bezahlen. Also es gibt natürlich, auch bei uns gibt es Lohngefüge, in denen wir operieren müssen. Es gibt ganz viele Faktoren außerhalb des Finanziellen, wo du Fragen stellst, wie passt denn jemand eigentlich in unser Team? Die erste Frage, die wir in jedem Bewerbungsgespräch stellen, ist die Frage, ist Brabus für dich Nummer eins? Willst du hier wirklich arbeiten? Brennst du für unser Thema? Weil wir immer nur zwei Arten von Menschen hier im Unternehmen haben. Das sind die große Mehrzahl, ganz, ganz große Mehrzahl der Menschen, die hier arbeiten, sind die, die die Karren ziehen. Vorne aktiv, den ganzen Tag mitziehen und sich dafür auch richtig reinhängen. Und dann hast du auch immer mal wieder jemanden, auch das gehört zur Realität dazu, der eben hinten am Karren hängt und den die anderen mitziehen müssen. Heute ist Brabus ein Unternehmen, wo das sehr, sehr schnell auffällt. Weil wir viel Speed haben, viel Dynamik haben, ganz viel entwickeln und sehr, sehr, sehr stark nach vorne gehen. Und da fällt es ziemlich schnell auf, wenn du den Karren eben nicht mitziehst. Aber da kam er nicht her. Also das, es gibt ja außer dem Finanziellen noch viele andere Anreize, warum jemand eben in einem Unternehmen arbeiten möchte. Du kannst, du kannst nur hier erfolgreich sein, wenn du ins Team passt. Du kannst nur hier erfolgreich sein, wenn dich die Materie begeistert. Also das muss, das muss alles rund sein. Und das, was wir hier tun, lässt sich natürlich nur teilweise auf, zum Beispiel ein Startup übertragen. Da muss, das war ja hier auch ganz, ganz lange so. Also dieser Laden ist ja nicht aus dem Nichts irgendwie erschienen. Und dann standen die Gebäude, in denen wir heute unterwegs waren. Und das hat sich über Jahrzehnte entwickelt. Ich glaube, dass, wie formuliere ich das jetzt am besten, ohne dass mir hinter einem Strick draus gedreht wird. Ich glaube, dass jedes, es gibt ein paar universelle Themen, die jedes Unternehmen beachten muss. Zum Beispiel das Thema vernünftiges Wirtschaften. Ich sehe immer wieder Unternehmen, die einfach die wirtschaftlichen Basics nicht sauber machen. Und da ist es auch bei einem Startup so, da solltest du Leute an Bord haben, die viel Erfahrung bringen. Das sind häufig gar nicht irgendwelche teuren Experten, sondern sauberer Finanzplaner, ein guter Finanzplaner, ein guter Steuerberater. Und Leute, die dich eben dahingehend beraten, wie deine Ratios im Laden sind. Wie viel gibst du aus? Wie viel sparst du dir auf? Wie viel, das ist gerade, wenn du so hochfährst, in Phasen reinfahren, das hast du häufig mal, bist du häufig als Gründer ein bisschen übermotiviert. Ich bin hier im Laden auch immer derjenige, ich sage mal, ich bin das Gaspedal. Und ich habe unseren lieben Stefan, der das jetzt wahrscheinlich wieder unheimlich gerne hört, unser CFO, der ist natürlich das metaphorische Bremspedal. Stefan, falls du das jetzt hier siehst, das ist natürlich nur im übertragenen Sinne. Und ein bisschen krumme Metapher. Aber du brauchst eben, das ist bei uns der Fall, meistens den Gründer, der wirklich Gas gibt, neue Ideen hat, eine Vision hat, nach vorne will. Und dann brauchst du dahinter eine Organisation, die auch immer wieder sagt, Junge, das machen wir in 2024. Und das machen wir in 2025. Und das machen wir vielleicht gar nicht. Oder dann mal in 2026, 2027, 2028. Je nachdem, wie wir die anderen drei Projekte, die du uns gerade präsentierst, abgeschlossen haben. Das Thema haben wir auch letztes Jahr gehabt. Wir haben auch immer am Anfang einfach blind Gas gegeben, aber hatten einen bei uns im Gesellschaftskreis, Grüßlein, Efkan, der bei uns immer auch Problemfinder genannt wird. Weil wenn wir Visionen und Ideen nach vorne bringen, ist er derjenige, der schaut, Moment mal. So, das müssen wir in der Buchhaltung und das im rechtlichen Rahmen noch betrachten. Und das hier. Und da sind wir mal ganz froh, weil wir dann merken, oh, hätten wir es einfach durchgezogen, so wie wir es gewollt hätten. Dann hätten wir irgendwas gegen die Wand gerammt, ganz, ganz sicher. Du brauchst in jedem Unternehmen ein Führungsteam, was in sich geschlossen funktioniert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann merkst du es verdammt schnell, weil dann hast du eine offene Flanke. Nimm die Metapher des Fußballteams. Du brauchst jemanden im Sturm, du brauchst jemanden im Sturm, der einfach nur Tore schießen will. Ja, vielleicht auch mal ein bisschen selfish ist und am liebsten den Ball selber reinmacht. Völlig andere Motivationsstruktur zum Beispiel und Erfolgskriterien als jemand, der im Mittelfeld sagt, ich verteile die Bälle, habe den Überblick und organisiere unser Spiel. Und du brauchst hinten sicherlich auch einen Libero oder einen Torwart, der sagt, das sind dann die Problemfinder, die sagen, ich halte euch hier den Laden sauber. Und kennt ihr Situationen, wo sich in einer Fußballsituation mal ein Libero mit einem Stürmer in den Haare kriegt? Ja klar, der eine sagt, komm mal endlich nach hinten, du dumme Sau. Stehst da immer nur arrogant vorne rum, willst die Bälle nach vorne gespielt kriegen, stehst immer nur am Abseits. Und der andere sagt, warum kriege ich die Bälle nicht nach vorne? Ja, ihr seid hinten alle unorganisiert. Das ist relativ gut aufs Unternehmen übertragbar. Schaut mal, bei Brabus sind wir jetzt, wir sind zu viert. Wir haben einen sehr, sehr guten CFO, wir sind Finanzer. Das ist sicherlich der Problemidentifizierer, Finder, der Aufräumer, der das Unternehmen sauber hält, der dafür sorgt, dass wir finanziell selber sehr gut aufgestellt sind und auch mal aufzeigt, wenn ich beispielsweise mir viel zu viel vornehme, jetzt gerade beim Rahmen unserer Jahresplanung, wäre ein top aktuelles Thema, weil da die Budgets fürs Jahr festgezogen werden. Erstens, wir haben zweitens unseren CTO, den Jörn Gander. Ihr habt das vorhin eingangs mal kennengelernt kurz, ein absolut genialer Techniker, der natürlich mit mir gemeinsam immer wieder prüft, ob wir unsere Ideen umsetzen können, allerdings aus einem völlig anderen Blickwinkel, weil er derjenige ist, der es am Ende mit seinen Teams entwickeln und bauen muss. Wir haben einen Christian, auch Techniker, völlig anderen Bereich, der ist eher für unser Thema, für unseren Zuliefererbereich verantwortlich, weil wir auch viele Dinge machen, auf denen gar nicht Brabus draufsteht, sondern die wir an Automobilkonzerne liefern. Und du hast mich. Interessanterweise haben wir das mal diskutiert, wie meine Rolle ist und wie meine Rolle sich verändert. Und meine Freundin sagte interessanterweise, Konstantin, du bist der Kleber zwischen allen. Und das stimmt, das ist interessant gewesen, deshalb habe ich es mir auch gemerkt, meine Rolle ist häufig, die einzelnen Bereiche genug zu verstehen, um die Verbindungen herstellen zu können. Und eben nicht nur intern, sondern auch noch außen, das heißt die Welt des Automobiles, die Welt der Luxusprodukte, die Welt unserer Kunden, die Lebenswelt unserer Kunden zu verstehen und immer wieder den Laden, also die Organisation intern mit extern zu verknüpfen, aber auch intern die verschiedenen Bereiche dazu zu bringen, sich zu verstehen. Also das heißt zu verstehen, was der andere sagt, eine Lösung zu finden, also übereinzustimmen, welchen Weg wir haben, welchen Weg wir gehen wollen und sicherlich auch eine Richtung vorzugeben. Ich würde, also wir wollen dich mal ein bisschen besser kennenlernen. Ich bin gespannt. Ihr habt mir viele Fragen angedroht. Ich bin sehr gespannt. Wir können, ich kann mir gut vorstellen, dass Autos eine sehr, sehr große Rolle in deinem Leben gespielt haben. Und immer noch spielen. So, und immer noch spielen. Aber ich würde trotzdem, also offensichtlich müssen ja auch andere Facetten des Lebens ja irgendwie dich berührt haben. Was hast du sonst noch gemacht? Hast du gezockt? Wie warst du so als Kind? Wie war ich so als Kind? Interessant, ich bin hier in Bottrop, also die Kurzversion, ich bin hier in Bottrop zur Schule gegangen, wohne heute noch hier in Bottrop, möchte auch nicht irgendwo anders hin. Ich sage immer, du kriegst da den Jungen aus Bottrop, aber Bottrop mich aus dem Jungen. Also ich möchte nicht weg. Wir sind hier in Bottrop, wir sind Familienunternehmen. Warum? Seit fast 50 Jahren. Warum willst du nicht weg? Ich glaube überhaupt nicht, dass es gut ist, wenn du zu weit von deinem eigenen Laden weg wohnst. Ich sehe immer wieder Beispiele, wo dann Chefs von Unternehmen meinen, der Laden ist zwar in Hüggeswagen, aber ich wohne in Berlin, weil da ist Cola. Ich sehe immer wieder Beispiele, wo Menschen sagen, ja komm mal, ich habe mir ein Haus in Düsseldorf gekauft, auch wenn der Laden in Bottrop ist. Weil ich habe keinen Bock auf Bottrop. Ich habe auf Recklinghausen, auf Oberhausen, auf you name it. Ich glaube, das ist falsch. Indem ich hier wohne in Bottrop, verstehe ich die Stadt besser. Ich verstehe die Leute besser. Ich verstehe unsere Mitarbeiter besser. Ich sehe und bekomme alles mit, was rund um den Laden passiert. Und laut mir so viel, wie ich unterwegs bin im Jahr, sehe ich auch, was da draußen los ist. Und bin dann, wenn ich häufig nach einer Woche mit drei, vier Flügen oder mit, die ich in fünf verschiedenen Städten verbracht habe, heilfroh, wenn ich wieder zu Hause bin. Und dann ist mir auch vollkommen egal, ob das Bottrop ist, ob das Düsseldorf ist, ob das Hamburg oder Berlin ist. Obwohl ich natürlich zugebe, dass bei mir, wenn es insbesondere Hamburg oder München schon sexy sind, du musst da leben, wo du deinen Beruf hast. Insbesondere wenn du einer der größten Arbeitgeber in der jeweiligen Stadt bist, dann gehörst du dahin. Und dann möchte ich da auch meine Steuern zahlen, obwohl das in der Tat weniger sein könnten, falls ich das nochmal an der Stelle habe. Okay, also wir haben verstanden, du hast eine sehr, sehr hohe und feste Bindung zu deinem Zuhause. Du bist hier geboren. Jetzt willst du wissen, wie es weitergeht. Unter anderem auch, ja. Wir müssen natürlich auch gucken, dass es im zeitlichen Rahmen bleibt. Aber ich will auch wissen, was waren so diese prägenden Ereignisse, die sich dazu geführt haben, so ein starker Charakter zu sein? Also die Kurzversorgung abschließend, ich bin in Bottrop zur Schule gegangen, habe dann in Wittenherdeck studiert. Das ist ungefähr 40 Kilometer von hier. Und habe dann nach dem Studium direkt hier angefangen. Das habe ich deshalb gemacht, weil es damals meinem Vater gesundheitlich nicht so gut ging und es sich auch später bewahrheiten sollte, dass es eine gute Idee war, direkt einzusteigen. Das gab mir also circa 5, 6 Jahre, in denen ich den Laden verstehen konnte, alle mich kennenlernen konnten, bevor ich dann leider den Laden schon übernehmen müsste. Du hast Sales geleitet. Überleben musste, genau. Ich war Vertriebsbinder, bin aufs Vertriebsleiter hier eingestiegen, habe dann irgendwann meinen Vater gebeten, weil ich damals gemerkt habe, wenn ich mehr verkaufen will im Vertrieb, damals insbesondere Fahrzeugkomponenten, Fahrzeugteile, dann muss ich mich mit der Marke beschäftigen. Insofern bin ich damals zu meinem Dad gegangen und habe gesagt, bitte gib mir die Verantwortung, nicht nur über Sales, sondern auch über Marketing, sondern auch über Marketing und die Brand. Denn ich glaube, dass wir in Zukunft insbesondere unsere Brand, eine tolle, tolle, tolle Marke, die weltweit ihre Fans hat, aber noch sehr, sehr nischig unterwegs war, da eine extrem hohe Reputation hatte, weil wir sehr, sehr gute, funktionierende Produkte geliefert hatten über vier Dekaden, dass wir daran arbeiten müssen, um dann wieder mehr zu verkaufen. Also ich einen Umweg gehen muss über die Marke, um dann wieder in Vertrieb und Verkauf erfolgreicher zu sein. Und das hat sich auch als richtig, also heute weiß ich, das war der richtige Gedanke. Damals war das ein Gefühl. Sowas war entscheidend. Sicherlich war, ihr habt es vorhin richtig gesagt, mein Vater war, mein Vater war der absolut größte Mentor in meinem Leben. Es gibt sicherlich niemanden, der mich, was Geschäftliches angeht, mehr geprägt hat. Und eines der Themen war natürlich, dass ich jahrzehntelang miterlebt habe, wie es ist, Unternehmer zu sein. Hat das Vorteile? Ja. Hat das Unternehmer sein Vorteile? Ja. Hat das Unternehmer sein, aber auch erhebliche Nachteile? Auch. Die gehören dazu. Und das heißt nicht, dass ich mich beschwere. Ich sehe heute viele, viele junge Leute, die sagen, ich möchte Unternehmer werden, ich möchte mich selbstständig machen. Ich finde das wirklich toll, weil wir gerade aktuell, weil wir gerade aktuell in Deutschland davon viel, viel mehr brauchen. Wir schlafen als Land gerade ein und wir lassen uns die Butter vom Brot nehmen, von anderen Wirtschaftsräumen, auch wenn wir unglaublich viel zu bieten haben. Aber Unternehmertum ist eine Entscheidung. Wenn du dich dafür entscheidest, selbstständig zu arbeiten, unternehmerisch zu arbeiten, dein eigener Herr zu sein, deine eigene Sache zu machen, dann ist das eine ganz spezifische Entscheidung für einen Lebensweg. Das ist genauso eine Entscheidung für den Lebensweg zu sagen, ich werde Fußballer. Das ist genauso eine Entscheidung, wie für den Lebensweg zu sagen, ich werde angestellter Bäcker. Das ist genau, wo du früh aufstehen musst, das ist genau so eine Entscheidung, wie zu sagen, ich gehe als Angestellter in ein Unternehmen und das hat immer mit deinen individuellen Lebensumständen zu tun. Ich würde mich freuen, wenn mehr junge Leute den Weg gehen, sich wieder selbstständig zu machen, weil wir, wie gesagt, die Innovation gut gebrauchen können. Es ist aber nicht besser oder schlechter als die Entscheidung, Lehrer zu werden. Deshalb respektiere ich auch in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld, jede Entscheidung, wenn jemand Lehrer, Krankenschwester, Feuerwehrmann, gerade gesagter Angestellter, Bäcker oder Polizist werden möchte. Leute, macht das, wozu ihr euch berufen seht. Wir sehen das bei vielen jungen Leuten, der innere Wunsch da ist, selbstständig zu sein oder irgendwas zu starten irgendwann mal und sie aber wegen fest eingefahrenen Glaubenssätzen oder was im Elternhaus mitgegeben wurde, sich aber nicht trauen, dieser Schritt, das mal einzugehen. Was kannst du diesen jungen Leuten mitgeben? Sehr, sehr viele. Du wirst natürlich ganz stark, wir alle sind durch unsere Eltern geprägt worden oder werden im Idealfall noch durch unsere Eltern geprägt. Und ab einem gewissen Punkt im Leben musst du dich aber auch davon emanzipieren, dich freimachen, dir die Frage stellen, was möchte ich denn eigentlich? Und das ist weder einfach, noch ist es bequem. Es gehört aber dazu. Und dementsprechend würde ich jungen Leuten insbesondere empfehlen, schaut, dass ihr wegkommt. Jetzt gibt es wahrscheinlich Eltern da draußen, die in diesem Moment anfangen, mich zu hassen. Das heißt nicht, ich will euch eure Kinder wegnehmen, aber schaut, dass ihr wegkommt. Schaut, dass ihr Luft atmet, die für euch neu ist. Schaut, dass ihr mal, wenn ihr auf dem Land wohnt, dass ihr mal in eine Großstadt kommt für ein paar Jahre. Wenn ihr in einer Großstadt seid, dann schaut, musst ihr nicht zwingend aufs Land, aber schaut mal, dass ihr mal in eine andere Großstadt kommt oder mal in ein anderes Land kommt. Und atmet ein paar Luft, die für euch neu ist. Setzt euch mal ganz bewusst, versetzt euch ganz bewusst in Situationen. Deshalb sind Praktika, Auslandsjahre, ein Studium an einer Uni, die vielleicht nicht neben zu Hause ist. Ich habe es übrigens falsch gemacht. Ich habe erzählt, 40 Kilometer weg, ich hätte viel weiter weg studieren sollen. Weil ich habe viel, viel mehr hier gearbeitet in dem Laden, als ich studiert habe. Und ob es gut war oder nicht, weiß ich nicht. Heute würde ich weiter weg studieren. Das ist, glaube ich, also Atem war Luft, die für euch noch ist. Das ist das Entscheidende. Und dann probiert was aus. Ich sehe häufig zwei Dinge. Entweder erstens, kommen häufig Leute, junge Leute gerade jetzt auf mich zu und sagen, Konstantin, ich möchte auch reich werden. Wie werde ich Unternehmer? Und jetzt können wir erstens über die Frage diskutieren, was ist denn eigentlich Reichtum? Tony Robbins hat mal einen schönen Vortrag gehalten. Ich erinnere mich nicht daran, welcher es war, wo er, glaube ich, sieben Dimensionen des Reichtums aufgezählt hat. Und Geld ist nur eine davon. Da hat er verdammt recht mit. Also was ist eigentlich reich? Unternehmer zu werden, nur weil du finanziell reich sein willst, finanziell vermögend sein willst, ist Quatsch. Denn dafür zahlst du einen verdammt hohen Preis. Und jetzt aus meiner Erfahrung muss ich sagen, ist Geld, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, Geld ist nur der Treibstoff, der hinten rauskommt, den du in den meisten Fällen vorne direkt wieder reinfütterst als Familienunternehmer, um damit deine weiteren Ideen zu ermöglichen. Da geht es nicht darum, den fünften Maledivenurlaub im Jahr zu machen, sondern es geht darum, genug Rohstoff zu haben, um die Menschen weiter zu beschäftigen, die du hast, um die Projekte, die Ideen zu realisieren, die du hast, die Produkte zu bauen, zu entwickeln, die du hast, um mit dem Laden weiter zu wachsen. Das muss nicht jedermanns Philosophie sein, aber es ist sicherlich eine, die in vielen klassischen Familienunternehmen immer wieder so gilt. Das Zweite, was ich häufig beobachte bei jungen Leuten, ist, dass sie insbesondere so nach der Schule oder nach der Uni immer das Gefühl haben, dass das, was sie jetzt entscheiden, eine Lebensentscheidung ist. Das ist bei Menschen, wo zum Beispiel auch ein Unternehmen im Hintergrund ist, höre ich das häufig, soll ich in den Laden meines Opas, meines Vaters, meines Onkels, meiner Tante ansteigen, aber auch bei Menschen, bei denen kein Unternehmen im Hintergrund ist, soll ich jetzt, soll ich eine Lehre machen, soll ich studieren gehen? Natürlich beeinflusst das euer Leben. Du darfst dich aber dafür nicht paralysieren lassen. Du darfst nicht, darfst nicht wie vor der Schlange hypnotisiert stehen, ihr kennt K aus dem Dschungelbuch, und am Ende gar nichts mehr entscheiden oder so viel Schiss davor haben, dass du es völlig überlöst. Einfach etwas ausprobieren. Unternehmertum heißt nicht zuletzt auch einfach machen. Da hat mein Vater immer eine schöne Geschichte erzählt und ich habe ihm viel zugehört und einer der Sätze, die du immer wieder gesagt hast, ist, du wirst in deinem Leben, das ist das Beispiel eines Freibades, du wirst, ohne zu wissen, ob Wasser im Pool ist, wirst du fast täglich vom Einer springen müssen. Du wirst häufig vom Dreier springen müssen, da lohnt es sich schon mal hinzugucken, ob Wasser drin ist, weil es tut weh, und ab und zu wirst du auch vom Fünfer und vielleicht zwei, dreimal in deiner ganzen Karriere auch vom Zehner springen müssen. Und vom Zehner darf nicht schief gehen. Da solltest du viel Anstrengung unternehmen, um zu wissen, ob unten Wasser drin ist. Vom Fünfer tut auch schon richtig weh. Und vom Einer und vom Dreier, das kriegst du nicht weg, da musst du permanent, da wirst du permanent runter müssen. Und das ist Teil dieses Preises. Dass es mal schief läuft, ist Teil des Preises, gehört dazu. Dass es mal nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, es gehört dazu. Es kommt eben immer anders, als man denkt. Und das, darauf muss man sich schon bewusst einlassen. Also heißt, man soll, zurück zur Frage, lasst euch auf neue Themen ein, atmet mal Luft, auf die neue ist. Und wenn ihr euch für Selbstständigkeit interessiert, ich bin total dafür. Versteht nur, was ihr für ein Mensch sein müsst, beschäftigt euch damit, auf was ihr euch teilen lasst. Gibt es einen Skill, weil wir reden auch in letzter Zeit sehr häufig über High-Income-Skills, den jeder, der diesen Weg einsteigen möchte, beherrschen sollte? Absolut. Also meiner Meinung absolut. Das ist Lernen, Lernen. Also lerne, wie du lernst. Lerne, wie du ein Mensch wirst, der permanent sich mit Neuem auseinandersetzt und der Interesse und Leidenschaft dafür empfindet, sich permanent weiterzuentwickeln. Wie machst du das? Ich würde sogar heute sagen, ich kann gar nicht anders. Jetzt gibt es sicherlich Menschen mehr im Umfeld, die auch sagen, ich entwickle mich permanent zurück. Das möchte ich nicht, das möchte ich, das kann sein, aber Scherz beiseite. Ich glaube, ich bin heute so daran gewöhnt, egal ob am Flughafen, in der Fußgängerzone, in der Shopping Mall, in dem Meeting oder bei mir zu Hause im Kleiderschrank, immer nach Dingen zu suchen, die mich inspirieren, die ich anders machen kann, die ich besser machen kann oder über die Company und die Projekte, die wir hier haben und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, nachzudenken. Das ist eine viel, viel größere Herausforderung, ist für mich, das Ganze abzustellen. Gut, dann bist du ja quasi einfach von Gott gesegnet worden. Du hast halt einfach diese Eigenschaft, dich für Dinge zu interessieren, einfach so. Da gibt es aber auch Leute, die tun sich damit schwer. Ist das so? Lass uns da mal, halt mal eine Sekunde, ist das wirklich so? Ich glaube, das ist, sicherlich haben wir alle, bekommen wir alle vom lieben Gott eine Festplatte und einen Prozessor eingeschraubt am Anfang unseres Lebens. Und es gibt sicherlich Menschen, da sind jetzt ein paar mehr Gigahertz, ich bin zum Beispiel Mathematiker, Physiker, alles was so. Es gibt eine Menge Forscher, die mich sehr beeindrucken, wo du einfach sagen musst, da kommen Leute auf die Welt, die sind gesegnet mit außergewöhnlicher Intelligenz oder mit außergewöhnlichem Verständnis oder Talent für irgendwas. Es gibt ein wunderschönes Buch, das heißt Talent is Overrated, kann ich sehr empfehlen. Und das unterstützt genau die gegenteilige These. Du kannst, wenn du zwei Basketballer beispielsweise, du hast gefragt, was ich so in meiner Jugend gemacht habe, ich habe ein ganz langes Streetball gespielt, also ich habe auch einen Basketballverein, aber drei gegen drei auf einen Korb war immer meine absolute Lieblingsdisziplin, weil das eben auch mehr mit Lifestyle, mit Hip-Hop, mit Musik zu tun hatte. Und jetzt nimm den einen Basketballer, der zwar saumäßiges Talent hat, aber überhaupt nicht trainiert oder der vielleicht nicht übermotiviert ist, weil er eher talentiert ist und meint, er bräuchte das nicht. Hat man das nicht zu Ellen gesagt? Ja, es gibt so diverse Beispiele, wo ich jetzt in meinem potenziellen Kundenkreis ein Desaster anrichten könnte. Okay, dann. Nein, aber nimm mal die Diskussion, die zum Beispiel Shaq und Kobe also ihr Leben lang immer geführt haben. Und dann hast du auf der anderen Seite den Kobe Bryant und Michael Jordan. Also die Leute, Michael Jordan ist ein bisschen ein schwieriges Beispiel, weil da war so, wenn Talent, außergewöhnliches Talent auf außergewöhnliche Disziplin kriegt, dann ist es völlig Game Over. Ein Kobe Bryant, der sicherlich talentiert war, aber auch eine Arbeitsmaschine. Und das ist die These von Talent is Overrated, dass du mit mit Einsatz, gibt es die berühmten 10.000 Stunden, je nachdem, wie man liest, nicht immer ganz schlimm. Mit unglaublich viel Commitment, Leidenschaft und Einsatz wirst du in jedem Beruf, in jedem Feld ein Niveau erreichen, an das du selbst am Anfang dieser Karriere und dieses Weges nie geglaubt hättest. Wir neigen ja dazu, als Menschen systematisch zu überschätzen, was wir in einem Tag tun können und systematisch zu unterschätzen, was wir in einem Jahr tun können. Das lässt sich jetzt extrapolieren auf andere Zeiträume. Also wir alle können verdammt viel erreichen, wir müssen aber auch das tun, was unbequem ist, um da hinzukommen. Und vor allem müssen wir auch dranbleiben. Überleg mal, was ist das größte Achievement meines Vaters gewesen? Dass er sich über 40 Jahre lang mit Alufelgen, Auspuffrohren, Steuergeräten, Motoren und Fahrzeugdesign auseinandergesetzt. Und nicht irgendwann auf diesem Weg irgendwann mal gesagt hat, hey, ich hab die Schnauze voll, ich mach jetzt was anderes. Das ist das, was ich als das größte Achievement meines Vaters immer bezeichne. Dranbleiben über lange Zeit und sich dafür interessieren, sich dafür begeistern und einfach auch mal durchziehen, wenn es verdammt unbequem wird. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und Lernen, Lernen heißt eben nicht sich hinzusetzen und zu sagen, ich lerne jetzt eine Sache, sondern sich immer wieder weiterzubilden und zu einem Menschen zu werden, der sagt, egal was es ist, egal was mich interessiert, ich bin begeisterungsfähig, ich freue mich auf Neues, ich bin offen für Neues und ich sauge Dinge auf wie ein Schwamm. Sehr spannend. Ich habe vorhin von einem deiner Mitarbeiter die Geschichte erzählt bekommen, ich fand das unglaublich wie in so einem Film, wie das Ganze passiert ist. Hier gegenüber vom Werk ist eine Tankstelle und da hat dein Großvater Mercedes verkauft. Genau. Und dein Vater ist mit einem Porsche immer angekommen, wenn ich richtig Erinnerung habe. Richtig, ja. Und dein Großvater meinte, nein, du musst mit der S-Klasse fahren, sonst gucken die Leute komisch, dass ich hier ein Mercedes verkaufe und du mit einem Porsche rumfährst. Und daraufhin hat dein Vater das eigentlich nicht gewollt, weil damals war S-Klasse nicht das, was es heute ist, sondern es war nicht so sportlich. Sehr wenig Modelle, sehr wenig Ausstattungsoptionen und eben nicht so sportlich, wie er sich das damals vorgestellt hat. Genau. Also hat er gesagt, okay, dann tüfte ich ein bisschen dran rum und style ihn etwas sportlicher, damit es auch zu mir besser passt, zu dem, was ich möchte. Und die Leute sind gekommen, haben in der Reihe die S-Klasse gesehen und dann die S-Klasse von deinem Vater, die er getunt hat damals und haben gemeint, ich möchte den hier. Und daraufhin ist dann überhaupt dieses Modell entstanden, dieses Geschäftsmodell. Ja, also das ist alles, was wir tun, das steckt auch in der Mission der Company heute, One Second Wow, steckt das auch mit drin, und zwar ganz stark dran, ist Leidenschaft. Ja, das ist verrückt. Das ist completely passion driven. Es ging heute, es ging damals wie heute immer, immer um Leidenschaft. Und du hast ja auf der, wenn du generell Unternehmen anschaust, immer eine Waage, die zwei Seiten hat. Du hast auf der einen Seite das Thema vernünftiges Wirtschaften, Ratio, Verstand, also rationale Intelligenz, gutes kaufmännisches Verhalten und hast auf der anderen Seite in vielen Unternehmen die Vision, die Idee und den Spirit des Gründers. Und du brauchst sie beide. Du brauchst beide dieser Realitäten, wenn der Gründer nur nach vorne will, nur das Gaspedal durchdrückt und dann sich selber ausbrennt oder eben zu viel Cashburn, würden wir heute in der Startup-Szene sagen. Pleitegehend, das ist dann eher der Oldschool-Begriff dafür. Also zu viel, zu falsch wirtschaftet, aus guter Motivation heraus, aber overpaced, das ist sicherlich genauso hinderlich, wie auf der anderen Seite eben nur jemanden zu haben, der rein rational so ein Geschäft betrachtet. Luxusprodukte sind nicht rational. Das, was wir machen, ist nicht rational. Wir können jetzt eine schöne, es ließe sich hier an der Stelle eine schöne Diskussion einschieben über die Frage, wie denn menschliches Verhalten im Hinblick auf Luxusprodukte ist und warum es eben doch wichtig ist in unserer Welt, sich von anderen zu differenzieren und was das in unserer Gesellschaft bedeutet. Aber sagen wir mal, der Einfachheit halber, das eine ist die rationale, finanzielle Seite, das andere ist eben der empathische oder der Gründer, der nach vorne will und dafür viel Passion empfindet. Da musst du diese Seiten in Balance haben. Das geht nicht ohne. So ist es bei uns auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Produkt rausbringen wollen würde. Da lass mich an der Seite so. Ich denke daran weiter. Du musst, meiner Meinung, das ist meine ganz persönliche Philosophie, dass die Leidenschaft immer der Ratio ein bisschen überwiegen sollte. Also die eine Seite der Waage sollte immer so ein bisschen schwerer sein. Wenn du in einem Unternehmen, wenn du ein Unternehmen besuchst, so wie ihr heute, und du kannst die Leidenschaft nicht fühlen, wenn du einen CEO interviewt, einen Eigentümer interviewt, einen Manager interviewt, so wie heute. Und man merkt, er oder sie brennt nicht für das Thema und will weiter und will wachsen oder will neue Ideen realisieren, will was umsetzen, sondern es ist ein bisschen kühl und sehr rational. Ich sage nicht, dass es kein Unternehmen gibt, wo das sinnvoll ist. Für uns wäre das der Tod, weil unsere Kunden das sofort merken würden. Und du kaufst ein Luxusprodukt aus Emotionen. Du kaufst es, weil es dich begeistert, weil es dich fasziniert, weil es unbedingt für dich haben willst, weil du dich damit belohnen willst. Und in diesem Geschäftskontext, glaube ich, muss die Leidenschaft immer ein bisschen überwiegen. Ja, absolut. Das kann ich komplett nachvollziehen. Du erfüllst dir damit ja auch den Traum. Manche arbeiten zig Jahre dahin. Absolut. Bis sie sich überhaupt sowas leisten können. Das ist meistens nicht rational. Leisten können. Ihr redet über Luxusprodukte. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt rausbringen möchte, sei es ein Wein, sei es eine Uhr, sei es Schuhe, eine Bohnenmarke, irgendetwas oder Autos. Worauf muss ich achten, damit ich es in der heutigen Zeit vor allem schaffe, es ins Luxussegment zu pushen? Weil man sieht, es macht unternehmerisch Sinn. Der eichste Mensch der Welt, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade noch so ist oder zeitweise, Bernard Arnault, Louis Vuitton, Moet Hennessy. Ja, ich meine natürlich Vorma ist ein sensationeller Case. Der ist nicht ohne weiteres wiederholbar, aber er hat natürlich zur richtigen Zeit das Richtige gesehen und auch das Richtige getan. Also es ist schon Wahnsinn. Definitiv. Und du hast ja jeden Tag mit solchen Menschen zu tun und auch deine eigenen Produkte sind in diesem Segment. Wie baut man sowas auf? Wie kann man dieses Look, dass Menschen, reiche Menschen bereit sind, eine irrationale Entscheidung zu treffen, so viel Geld für ein Produkt auszugeben? Egal was. Zu so einer Marke, in der Essenz reden wir über die Frage, was ist eine Brand? Ja. Und was ist das? Wie entwickelst du das Produkt? Das Produkt ist eine Herausforderung und die Brand ist eine Herausforderung. Lass uns mal über die Brand reden, weil ich habe das Gefühl, da zieht dir deine Frage etwas mehr hin. Die Antwort ist, über eine sehr lange Zeit, ohne Umwege, also mit vielen Umwegen, aber ohne Abkürzungen und mit sehr, sehr viel Leidenschaft, Einsatz und Durchhaltevermögen. Dass wir heute eine Marke sind, die viele Menschen auf der Welt kennen, das ist ja am Ende die Bedeutung einer Brand. Du siehst ein Logo, ein Produkt, ein Markenzeichen und erkennst es oder erkennst es teilweise schon, darum dreht es sich bei unserem One Second War auch ganz stark übergänzt, dass es ein Brabus-Boot ist, auch wenn du vorher nur Brabus-Autos gesehen hast und das ist spannend, wie diese Übertragung funktioniert und das alles kannst du, das entwickelst du nicht oder nur in außergewöhnlichen, seltenen Fällen, in kurzer Zeit. Ich habe mal irgendwann aufgeschnappt, ich weiß nicht, wo du es gesagt hast, aber du hast mal gesagt, eine Marke ist ein wiederkehrendes Versprechen. Absolut. Was ist dieses Versprechen bei euch? Was versprecht ihr als Brabus? One Second War heißt eben, meine Extended Version ist auch gerne One Second War. oder One Second Show. Also entweder ist es eben ein Brabus-Produkt oder es ist keins. Entweder fasziniert dich das Ding sofort oder du drehst dich um und gehst vorbei. Und das gilt ja nicht nur für die Produkte, das gilt auch für die Frage, wie ihr hier auf dem Parkplatz begrüßt werdet, wenn ihr reinkommt. Das gilt für die Frage, wie unser Campus hier aussieht. Das gilt für die Frage, wie wir arbeiten, wie wir uns strukturieren, welchen Maßstab wir in unsere Prozesse und Gedanken anlegen und es lässt sich auf ganz vieles übertragen. Wir reden über Brand. Ich habe es am Anfang schon mal im Intro gesagt, es gibt, ich glaube, keinen anderen oder kaum einen anderen CEO in deinem Segment, vor allem in der Industrie, in der wir arbeiten und sehr, sehr wenige von mittelständischen Unternehmen, die so viel Zeit rein investieren und wir sehen ja, wie viel du raushaust an Content, das muss sehr viel Zeit sein, dass du da rein investierst und auch viel Geld in Personal Branding. Warum ist dir das so wichtig? Brabus ist ja schon quasi eine Brand, die schon weltweit bekannt ist. Warum ist jetzt in den letzten Jahren vor allem so viel da reingeflossen in Personal Branding? Ich meine, wir wissen die Bedeutung, wir hören aber immer wieder von Unternehmern, die auch schon gestanden sind, ja, das ist jetzt nicht in der Priorität, ist jetzt nicht so wichtig, andere, meine Zeit ist begrenzt, ich muss irgendwo anders reinstecken. Ich habe es dir vorhin beim Essen auch schon gesagt, aber selbst wenn du das hinbekommst, dann sollte ja jeder irgendwo einen Fokus darauf legen. Was ist dein Warum dahinter? Lass uns die Frage mal zerlegen, ist spannend. Erstens, lass dich die Frage stellen, wie ist das bei uns entstanden? Zweitens können wir die Frage stellen, warum tun wir das? Und drittens können wir dann die Frage stellen, ist es für andere auch sinnvoll, das zu tun oder ist es für jeden möglich, das zu tun? Vorhin angefangen. Erstens, wie ist das entstanden? Ich musste in 2018, als mein Vater ganz, leider sehr, sehr plötzlich verstorben ist, habe ich eine ganz einfache Fragestellung zu beantworten gehabt, nämlich wie ersetzen wir das Gesicht von Bodo Buschmann, die Persönlichkeit von Bodo Buschmann, der auf der ganzen, auf der ganzen Welt in der Industrie eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit war, auch jemand, den du wirklich alleine schon durch sein, durch sein körperliches Auftreten oder zum Beispiel auch die Haare und seine ganze Persönlichkeit wirklich überall erkannt hast. Das war so ein Mensch, der ging in den Raum und kam in den Raum und das Licht ging an. Wir haben uns damals die Frage gestellt, wie wir das schaffen können, erstens, und zweitens haben wir uns die Frage gestellt, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn ich selber, also ich hatte dann den, lass mich das nochmal von vorne beantworten, wir haben uns diese Frage gestellt und es war klar, dass ich das Gesicht der Marke werden muss, weil es eben vorher auch der Eigentümer war und kein anderer so in der Öffentlichkeit in Bezug auf eine Marke auftreten kann wie der Eigentümer. Das ist eine total unike Position, die sich auch, die meiner Meinung nach auch ein großer Vorteil ist bei Familienunternehmen, denn wenn du beispielsweise angestellter Manager im Konzern bist, dann kannst du lange nicht so frei auftreten und kannst lange nicht so sehr davon ausgehen, dass deine eigenen Gedanken in einem zum Beispiel heute völlig ungeskripteten und von meiner Seite auch ganz bewusst unvorbereiteten Interview wie heute so sehr mit der Unternehmensstrategie und den Dingen, die im Unternehmen überein, die im Unternehmen passieren, übereinstimmen, als wenn du im Konzern arbeitest. Dann hast du x Leute zu fragen, x Pressesprecher, die dir was vorbereiten, hast vielleicht noch einen Aufsichtsrat, den du fragen musst, hast drei oder vier Chefs, die das freigeben müssen und es ist eine absolute Katastrophe. Als Eigentümer von einem Mittelständler kannst du erstmal frei Schnauze was erzählen. Ob du dir damit dann deine Zukunft verbaust oder sie ermöglichst, ist nochmal eine andere Frage. Aber insofern musste ich damals einfach ran, weil mein Vater eben nicht mehr da war. Frage 1. Frage 2. Wie hat sich das entwickelt? Wie machen wir das heute? Es ist ja nicht so, dass heute alles, was wir tun, Content ist, mit dem ich zu tun habe, sondern wir haben uns vor ungefähr sieben Jahren, das war dieser Punkt, von dem ich damals erzählt hatte, an dem ich meinen Vater gebeten hatte, mir eben noch mehr Verantwortung zu geben und mir auch die Marke und das Marketing dazuzugeben mit einer Verantwortung, an dem wir gestartet haben und wir haben uns ganz bewusst damals die Frage gestellt, gehen wir A in eine, ich nenne sie jetzt mal Landschaft mit mehreren Agenturen, wo mir immer jemand als Projektleiter gegenüber sitzt, der ich ein Stück weit von den Kreativen weg bin, das mit mehreren Agenturen tun muss, einer für die Webseite, einer für Videos, einer für Fotos, einer für Kampagnen und so weiter und so fort und ich dafür aber wahrscheinlich schneller Pace auf die Straße bekomme oder gehen wir zweitens den Weg, der wesentlich schmerzhafter war und länger gedauert hat, dass wir all diese Ressourcen selber aufbauen, also ganz nah dran sind am kreativen Prozess, eine hohe Einheitlichkeit haben über alles, was wir an Content produzieren, Bilder, Reels, Fotos, Videos, Kampagnen, Commercials, also Werbeclips und so weiter. Wir haben uns damals für den zweiten Weg entschieden und wir machen das jetzt fünf Jahre, ich sag mal jetzt insgesamt roundabout 30 Experten im Team, die sich mit nichts anderem beschäftigen als der Frage, wie wir unsere Produkte vermarkten, wie wir uns darstellen wollen, welche Geschichten wir noch erzählen können und ich bin auch der Meinung, das war eine gute Entscheidung. Das sieht man daran, dass, ich sag mal, mich fragen seit anderthalb Jahren ungefähr, fragen mich viele Leute, kommen viele Leute auf mich zu und sagen, bravo, es ist überall, was ist passiert und auch da wird eine Basketball-Analogie, wenn du fünf Jahre lang Freiwürfe im Dunkeln übst und richtig gut darin wirst und das haben wir eben getan die letzten sieben Jahre, dann sieht das kein Mensch und wenn das dann draußen auf einmal sichtbar wird, dann geht das meistens ab. Es gibt so einen Punkt, wo das dann auf einmal sichtbar wird und ab dann fangen die Leute an zu fragen, sehen aber die ganze Arbeit vorher nicht. Interessanterweise bin ich immer noch der Meinung, dass wir dabei gerade am Anfang stehen. Ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel geht und von, ja, hier hinter der Kamera sitzt, nee, Dennis ist draußen gerade, Amina sitzt hier aus dem Team, viele Grüße und ich glaube, dass wir noch ganz am Anfang stehen, noch unglaublich viel erreichen können und für mich ist jedes Jahr wieder ein Test und dieses Jahr werden wir wieder viele Dinge anders machen als im letzten Jahr. Man kann heute sagen, dass der Content, an dem ich beteiligt bin, also ich würde jetzt grob schätzen, dass es zwischen 15 und 25 Prozent sind des Contents, den wir erzeugen, an dem ich selber, an dem ich selber irgendwie beteiligt bin oder an dem ich irgendwie Videos, in denen ich zu sehen bin, Bilder, auf denen ich zu sehen bin oder an deren Erstellungsprozess ich mitgearbeitet habe. Das ist ordentlich. Du wolltest noch die Frage beantworten, ob das auch für andere Sinn macht. Genau. Drittens, macht das jetzt für jeden Sinn, in Social Media mit dem eigenen Gesicht, mit der eigenen Persönlichkeit das eigene Unternehmen, die eigene Marke zu vertreten. Sagen wir mal so, ich versuche immer noch eine Branche, eine Industrie zu finden, in der ich nicht davon überzeugt wäre, dass es sinnvoll wäre, sich in den sozialen Medien, in den sozialen Medien die passenden Geschichten für das jeweilige Unternehmen zu erzählen. Wir könnten ja mal brainstormen, egal ob es ein Unternehmen mir einfällt. Es ist fast immer sinnvoll, in den sozialen Medien präsent zu sein. Allerdings ist es natürlich insbesondere so, wenn es um das Thema Leidenschaft geht, wenn du, so wie ich als Eigentümer, sehr, sehr stark mit der Entstehung der Produkte verknüpft bist, wenn du insofern wirklich für die Marke stehen kannst und auch möchtest, weil du ja auch was zeigen kannst. Also wenn wir jetzt, egal ob wir A Day in the Life drehen oder ob wir einen Tech Talk machen, was eine spannende, ziemlich nerdige Videoreihe ist oder ob ich eine Fantasy Car Collection drehe, eine lustige Videoreihe, wo wir im Prinzip den Autogeschmack von jemandem abfragen im kurzen Video, was du gut wegsnacken kannst. Es hat ja immer damit zu tun, dass ich sehr, sehr nah an dem dran bin, was jetzt hier im Unternehmen passiert. So, wenn das nicht der Fall ist, wenn du also als Unternehmer weiter weg bist von dem eigenen Laden, wenn du selber der Meinung bist, du hast überhaupt nicht das Talent dafür, das heißt nicht, dass es so ist. Das ist häufig auch, gerade in sozialen Medien, mal so, wir nennen es heute interessanterweise gerade mal Dirty Reels, wenn also das wackelige Handy Reel besser funktioniert als das High Gloss Video, was eben immer sofort nach Werbung aussieht, dann kann das natürlich, du kannst du irgendwann so weit kommen, dass du sagst, ich mache es bewusst, ich mache Dirty Reels heute bewusst. damit es eben genau der Look hat. Also nur beim Eigentümer ist es was anderes. Also wenn als Unternehmer wirklich der Meinung bist, du bist überhaupt nicht dafür geschaffen, vor der Kamera in irgendeiner Weise eine Rolle zu spielen, dann ist gleichzeitig in der heutigen Zeit die Frage zu stellen, ist es nicht ein Teil deines Jobs? Ja. Ist es nicht ein Teil deiner Rolle als CEO? Aber die Rolle des Eigentümers und des Unternehmers und die Rolle des CEOs lassen sich auch trennen. Es gibt viele Unternehmen, in denen das nicht die gleichen Menschen sind. Insbesondere in der Verbindung liegt meiner Meinung nach die kommunikative Power, von der wir vorhin gesprochen haben. So, jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die, auch das muss man ganz klar sagen, besser nicht, versuch das jetzt politisch zu formulieren. Es gibt, kann man glaube ich, es gibt auch einfach Menschen, wo man ganz klar sagen, wo man ganz klar empfehlen müsste, Leute, macht das besser nicht. Dann kann man sich einen guten Pressesprecher suchen oder man kann sich jemand suchen, der das eben im Unternehmenskontext dann auch gut macht. Ich denke, dieses Thema Personal Branding war auch nicht immer, es hat jetzt mit Social Media zu tun, aber es war schon vorher relevant, ein Steve Jobs in seiner Zeit, da gab es ja keinen Social Media. Es ist immer relevant gewesen, es haben sich nur die Formate verändert. Ich kann ja grundsätzlich die Frage stellen, was ist als CEO der Marke Brabus mein Job? Und wenn wir jetzt nicht auf einzelne Tätigkeiten eingehen, sondern mal grob klustern, dann ist es sicherlich das operative Führen des Betriebs. Führung ist eine aktive Aufgabe, das passiert nicht von alleine. Es ist aber auch sicherlich das Repräsentieren der Marke und des Unternehmens. Und bei mir wird im Moment das Thema, ich habe vorhin eingangs gesagt, du musst dich immer wieder fragen, wo du Wert schaffst. Weil wenn du als CEO im Unternehmen keinen Wert schaffst, dann hast du da nichts zu suchen. Also wenn du als Eigentümer nur noch in deinem Unternehmen rumsitzt und das Unternehmen nicht wegen dir funktioniert oder mit dir funktioniert, sondern trotz dir funktioniert, dann hast du da nichts zu suchen. Dann gehörst du bitte irgendwo an die Côte d'Azur oder auf den Golfplatz oder wo auch immer hin, aber lass bitte die Leute ihre Arbeit machen und steh ihnen nicht im Weg rum. Das ist jetzt die, ich meine grob haben wir jetzt die drei Fragen beantwortet. Ich finde auch, also man kann es nicht anders sagen, du hast ja wirklich diese DNA, also du trägst sie einfach in dir und das merkt man dir an. Wenn das Ganze nicht so gekommen wäre und du jetzt nicht so ein riesen Legacy, wenn dir nicht so ein riesen Legacy in die Hand gegeben worden wäre, was denkst du, was wäre aus dir geworden? Das ist eine interessante Frage. Lass mich mal folgendermaßen antworten. Unternehmer sein kannst du nicht faken. Unternehmer sein kannst du nicht faken. Du kannst nicht so tun, als wärst du Unternehmer und das dann über lange Zeit durchziehen, weil irgendwann fällt das Kartenhaus in sich zusammen und die Leute merken es oder du bist schlicht und einfach nicht mehr erfolgreich. Das geht nicht. Du kannst Unternehmertum nicht faken. Das heißt für mich als Unternehmensnachfolger und für viele, die zum Beispiel Unternehmen eben so wie ich auch von Eltern übernehmen, auch du musst deinen eigenen Weg in diesem Unternehmen, du musst deinen eigenen Weg in dieses Unternehmen finden. Du musst dich in diese Rolle hinein entwickeln und du musst am Ende als Eigentümer, als CEO, als Chef, als Vorgesetzter, als Repräsentant dieser Marke, dieses Unternehmens, egal was es ist, so fest im Sattel sitzen, dass du das bist. Es lässt sich ja die Frage stellen, wie lange möchtest du in den Fußstapfen deines Vaters, deiner Mutter, deines Onkels, deiner Tante diesen Weg nachlaufen und das kann man sehr gut ein paar Jahre machen, ohne sich selbst einzugestehen, dass man gar keinen eigenen Weg geht, auch wenn die Person, deren oder dessen Fußstapfen man läuft, schon lange tot ist, aber irgendwann kommt der Punkt, da geht das nicht mehr. Da musst du deine eigenen Fußstapfen machen. Ich sage dazu immer, die erste Reihe kannst du nicht simulieren. Nehme mal das Beispiel, ich nehme mal das Beispiel des klassischen Orchesters. Du kannst, du kannst, jetzt ich auch da wieder ein Disclaimer, es mag sein, dass ich einigen Tuba-Spielern, hast du das, das ist ein Tubist? Der Wort ist, keine Ahnung, der Wort ist richtig falsch. Oder Trompeten, oder so kann ich jetzt Unrecht tun, das möchte ich nicht, das ist natürlich ein übertragendes Beispiel. Ich nehme aber das des klassischen Orchesters. Du kannst an der Trommel hinten rechts in der Ecke sitzen, du kannst am Schlagzeug sitzen, du kannst die Trompete spielen, du kannst das Cello spielen oder du kannst auch die dritte und die zweite Geige spielen. Oder im Publikum ganz nah dran sitzen. Du wirst nie verstehen, wie es ist, die erste Geige zu spielen, bevor du da stehst und dich der ganze Konzertsaal anschaut und aufs Solo wartet. Und dann kommen wir zu einem Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Meiner Meinung nach kannst du das alles nur im Laufen lernen. Also diese Vorstellung, das spielt auch ein bisschen, wir hatten vorhin über Entscheidungen nach Schule oder Studium gesprochen. Den Manager, der perfekt gebacken, am besten noch mit Sakko und Krawatte, aus der Uni, aus der Uni Manager Backmaschine fällt. Den gibt es nicht. Den Unternehmer, der am Anfang seiner Karriere steht und schon alles weiß, und alles kann und alle Fehler gemacht hat, den gibt es nicht. Was meint ihr, was ich bezahlen würde, um heute die Festplatte meines Vaters reingeschraubt zu bekommen, auf der alle Fehler, die er sein Leben lang gemacht hat, gespeichert sind und die dann nahtlos in mein Gehirn übergehen. Das wäre Millionen wert, das Ding. Die Chance habe ich nicht. Ich musste viele Fehler, ich konnte zum Glück viel von dem lernen, aber ich musste viele Fehler selber machen, um sie dann auch in mir selber drinnen abzuspeichern. Den Unternehmer, der das kann, den gibt es nicht. Insofern kannst du lernen, immer nur im Laufen und auch dich selber zu entwickeln und selber auf beiden Beinen solide auf dem Boden zu stehen, auch wenn es mal ein bisschen schwieriger wird. Das kannst du nur im Laufen, im Machen, durch Erfahrungen lernen. Das kannst du auch nur sehr begrenzt durch Bücher lernen. Irgendwann muss jeder Bücherwurm und zu denen gehörte ich auch. Jeder Nerd muss irgendwann aus der Uni raus und mal ins reale Leben. Da merkst du nämlich, dass die Dinge ganz anders funktionieren. Da ist nicht alles fair. Da ist nicht immer schönes Wetter. Da funktioniert nicht immer das, was du dir vorgestellt hast. Da ist auch nicht immer die Bilanz toll und das Jahr gut gelaufen. Das ist völlig normal und damit musst du dich dann eben zurechtfinden. Okay, das heißt, abgesehen davon, also du sagst, du wärst auf jeden Fall ein Unternehmer geworden. Aber würdest du auch sagen, Autos oder ist in dir auch irgendwo eine andere Leidenschaft? Ich habe mich, also ich glaube, heute würde ich mich auch mit Luxusprodukten beschäftigen oder mit Mode beschäftigen. Allerdings oder mit, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne mechanischen Luxusgütern, also Autoboote. Man sieht, dass du dich mit Zoll beschäftigen würdest. Da gibt es so einiges, mit dem ich mich beschäftigen könnte, ja. Wir sind bei der Werksführung ja auch vorhin in den Kommentaren gegeben, so, hier trägt man gerne den Merch von der Arbeit, weil es echt stylisch aussieht. Ja gut, Teamwear haben wir natürlich unter unserer eigenen kleinen Fashion-Kollektion und Teamwear tragen wir natürlich hier im Laden selber. Jetzt stell dir mal vor, du wirst zu Brabus kommen wie du schon sagst, Fashionwear, also wer kann von seiner Arbeitskleidung sagen, so Fashion, so und jetzt interessiert mich natürlich auch, ob du jemals mit der Frage konfrontiert wurdest, ach ja, du hast ja nur Glück gehabt, ja, also wenn du eben nicht unter diesem, du hast ja alles nur geerbt, ja, du hast ja alles nur geerbt und wenn du unter anderen Umständen aufgewachsen wärst, dann hättest du es niemals so weit gebracht. Was ist dein Antwort darauf, auf sowas? Jein, wir werden es nie wissen, ne, also du musst ja immer, we never know, wir alle kriegen, haben nur ein Leben und wir alle kriegen nur einen, einen Satz Karten, wie beim Poker, wir kriegen nur eine Hand und aus der müssen wir dann, aus der müssen wir dann das machen, was wir daraus machen können. Es bringt nichts, sich darüber Gedanken zu machen, sondern wir alle müssen aus dem etwas machen, was wir gegeben bekommen. Der eine bekommt gar nichts mit, gibt es ja wirklich leider Familien, wo du gar nichts mitbekommst oder gar nicht weißt, wer deine Eltern sind und wo im Umfeld auch alles nur dich daran hindert, irgendwie in deinem Leben voranzukommen, gesund zu sein, erfolgreich zu sein. Wenn das so ist, ist es schade und dann würde ich jedem empfehlen, aus dem Umfeld möglichst schnell, möglichst schnell rauszukommen und wenn es, trotzdem musst du selber etwas daraus machen und wenn du so wie ich in der glücklichen Position bist, sicherlich nicht nur eine Grundlage vorzufinden, sondern auch jemanden hast, den du jahrzehntelang dabei beobachten kann, wie er erfolgreich ist. Wenn du jemanden, das ist übrigens, ich vergesse immer gerne, meine Mutter an dieser Stelle, viele liebe Grüße, Mama. Grüße. Da ist nicht nur einer daran beteiligt gewesen, da gab es auch noch jemanden, der dahinter stand. Aber natürlich rede ich jetzt im Wesentlichen erstmal beruflich über meinen Vater und das sind ja mehrere Dinge, die da für mich in dem Moment, wo ich aufpasse, das aufnehme und mich für einen ähnlichen Weg entscheide, Dinge sind, die ich mitnehmen kann auf meinem Weg. Das ist natürlich ein Vorteil. Ich bin aber genauso wie jeder andere dann verpflichtet, selber mit eigenen Fußstapfen, mit eigenen Ideen etwas daraus zu machen und am Ende auch zu sagen, das ist ein ganz interessanter Punkt, mich hinzustellen, zu sagen, das ist mein Unternehmen. Es ist immer noch das Unternehmen meiner Familie, da gibt es ein paar andere Leute, aber ich simplifiziere jetzt, um es deutlich zu machen, ich muss an irgendeinem Punkt da stehen und sagen, das ist meine Geschichte, das ist mein Weg, das ist mein Unternehmen und dafür stehe ich auch ein. Es gibt ja auch, wenn du solche Vorteile hast, immer wieder auch die Gefahr, dass du Dinge abschieben kannst auf meinetwegen eine Generation, die vorher lag. Ja, dafür konnte ich ja nichts und dafür habe ich mich ja nicht entschieden und in dieser Industrie wäre ich ja gar nicht gewesen. Eigentlich mag ich das ja alles gar nicht und so weiter. Es gibt ja die wildesten Geschichten. Und auch das gehört dazu, das eben nicht zu tun, sondern du musst deinen Weg konsequent gehen. Wenn ich beispielsweise der Meinung wäre, wenn ich beispielsweise der Meinung wäre, dass das hier nicht mein Weg ist und wenn ich das wirklich tief in mir drin denken würde, würdet ihr das merken? Ja, würden unsere Kunden das merken? Mit Sicherheit. Über einen langen Zeitraum. Das größte Achievement meines Vaters ist 40 Jahre lang diesen Job zu machen und immer wieder zu pushen, jeden Tag aufzustehen, ohne sich die Frage zu stellen, habe ich jetzt nicht endlich mal die Schnauze voll von Abgasanlagen, Leistungssteigerungen, Alurädern und so weiter und so fort. Wenn ich nicht der Meinung wäre, dass das hier mein Weg wäre, dann müsste ich mich jetzt heute sofort dafür entscheiden, etwas anderes zu tun. Egal wie hoch der Preis dafür ist, denn wir haben alle nur ein Leben und das Leben ist zu kurz, um es für eine Vision eines anderen zu verschwenden. Also um für die Vision von Opa, der schon seit 50 Jahren nicht mehr lebt, diesen Laden weiterzuführen und dein eigenes Leben deshalb dafür zu verwenden, nicht das zu tun, was du eigentlich, wovon du tief in dir drin weißt, dass du es eigentlich werden wolltest. Egal, ob deine Familie darüber lacht, ob es der Surflehrer ist, ob du eigentlich Mechaniker werden wolltest, ob du gar keine Lust auf die ganze Verantwortung hast, egal, was es ist, dann mach doch bitte das, wofür du dein Leben verwenden willst. Sehr schön gesagt. Meine Abschlussfrage wird sich darauf wieder beziehen. Ich möchte aber vorher noch zwei. Lass mich eine Sache noch sagen dazu. Denn ich bin total davon überzeugt, dass du das nicht faken kannst und ich bin auch davon überzeugt, dass du es nicht durchhältst, weil du, wenn du dich fürs Unternehmertum und fürs Unternehmer sein, fürs Unternehmertum, fürs selbstständliche Arbeiten entscheidest, dann bist du auf einer Reise, die nicht immer erfolgreich ist. Wir hören ja immer nur von denen, die es geschafft haben. Wir sitzen ja nur hier, aber jetzt in 47 Jahren erfolgreich arbeiten. Von den vielen intelligenten Menschen mit guten Ideen, die es aber nicht geschafft haben, ihre Ideen marktreif zu machen und damit Geld zu verdienen. Von denen hören wir ja nichts. Du entscheidest dich für einen Weg, auf dem Erfolg auch überhaupt nicht garantiert ist. Ich kann euch nicht sagen. Ich wusste, wenn ihr mir vor fünf Jahren gesagt hättet, dass wir heute hier sitzen würden, an dem Punkt, wo die Firma steht, mit dem Erfolg der letzten Jahre, hätte ich euch gesagt, bringt mir von dem Shit, denn ihr raucht was mit. Ich brauche auch einen Joint. Ganz im Ernst. Das war nicht vorhersehbar. Du kannst nur dich für den Weg entscheiden, alles geben und dann gucken, dass du ein paar Spiele gewinnst. Ich habe im Moment einen guten Freund von mir, der gerade anfängt mit Social Media. Darauf lässt sich die Situation noch übertragen. Der lieben Paul Rosier, euer Paul Rosier, Hashtag euer Paul Rosier. Lieber Paul, viele Grüße. Shoutout. Autohändler. Der fängt gerade an mit Social Media. Und jetzt gibt es natürlich viele Leute, die dann immer sagen, ja, guck mal, sieht der hemmzähmlisch aus. Jetzt fängt der ja gerade erst an. Und warum rennt der jetzt hier im Laden rum? Macht er irgendwelche Bilder oder Videos? Und ich, das ist jetzt ein Beispiel von jemandem, den ich sehr schätze, der jetzt gerade anfängt, gilt für jede Unternehmensidee, für alles, was du startest. Ich feiere jedes Bild von Paul. Lieber Paul, ich feiere jedes Bild. Und ich schicke immer fünf Flammen als Kommentar. Weil sich da mal wieder jemand traut in einem etablierten Umfeld mit ganz vielen Bedenkenträgern. Es gibt nichts, wenn du Unterstützung brauchst und willst eine Palette tragen, hilft ja keiner. Willst du Bedenken tragen, werden sie sich sofort tausend. Weil sich einer in so einem etablierten Umfeld traut, einfach mal was Neues zu machen, weil er an die Idee glaubt. Und auf einmal fängt an, was zu entstehen. Ja, natürlich sieht das hemmzähmlisch aus. Und das ist gut so. Weil eben keiner fertiggebacken in die Social Media Welt fällt, genauso wie keiner fertiggebacken aus der Uni fällt. Und genauso ist es auch insgesamt mit Erfolg als Unternehmer. Ich kann euch nicht sagen, ich weiß, dass zum Beispiel dieses Jahr für uns deutlich sportlicher wird als die letzten Jahre aufgrund diverser Umstände. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert. Ich weiß nicht, was übernächstes Jahr passiert. Und wenn du nicht überzeugt bist von dem, was du tust, wenn du das nicht sein willst, dann kippst du irgendwann um. Ja, zu dem, was du auch über Paul Rosier gesagt hast, es gibt ja etliche Beispiele darüber. Aber am Anfang ist es nie cool, jemanden zu supporten. Erst wenn es cool wird, kommen auch die, die am Anfang gefördert haben. Natürlich, jedes Unternehmen fängt irgendwo in irgendeiner metaphorischen oder tatsächlichen Garage an. Nur du willst das Beispiel von Apple, als Steve Jobs irgendwo oder Jeff Bezos in der Garage angefangen haben, einen Online-Shop aufzubauen oder an Computern zu schrauben. Da haben alle gesagt, was macht denn jeder? Besucht euch doch einen vernünftigen Job. In dem Moment, wo da jetzt ein Apple-Logo drauf ist, das ist die größte Firma der Welt, lacht auf einmal kein Mensch mehr. Das ist leider die menschliche Natur. Und auch davon musst du dich total, also nehmen wir wieder Social Media, haben wir vorhin besprochen, negatives und positives Feedback. Das passiert auch außerhalb der sozialen Medien permanent. Du musst dich davon als Unternehmer soweit du kannst freimachen. Weil es immer Leute geben wird, die entweder an allem oder an allem, an das du glaubst, rumnörgeln werden. Und du musst dir sehr genau aussuchen, wem du zuhörst. Das heißt nicht, hört niemandem zu, der Feedback hat, was euch nicht gefällt. Bitte nicht, Leute, konstruktives Feedback gehört dazu. Und ein guter Freund, der sagt, der Prototyp ist richtig scheiße, ist das Sinnvollste, was dir passieren kann. Aber sucht euch aus, wem ihr zuhört und alle anderen, blendet sie bitte einfach aus. Also der doofe Kommentar, der sagt, der Konstantin hat wieder die Nase krumm. Oder heute, das war Unsinn, was du erzählt hast. Oder das letzte Auto gefiel mir nicht. Oder mach doch mal was im Blau, warum muss der Quatsch dann immer schwarz? Oder, oder, oder. Es gibt häufig Menschen, die hinschauen und den Gesamtkontext nicht verstehen. Und es gibt aber auch Menschen, die einfach das, was du tust, egal was es ist, denen das einfach nicht gefällt, die es nicht mögen, die andere Werte und andere Überzeugungen haben. Und das ist okay, deshalb solltest du trotzdem noch lange nicht von deinem Weg abkommen. Findest du das verstärkt, weil du auch viel international unterwegs bist? Findest du das auch so ein deutsches Ding? Das ist definitiv so, ich habe ja vorhin gesagt, wir schlafen ein. Also wir sind, als Deutschland, wir sind im Tiefschlaf. Wir sind insbesondere politisch gerade im Tiefschlaf. Wir lassen uns von anderen Wirtschaftsräumen, Asien, insbesondere in der Autoindustrie gerade richtig die Butter vom Brot nehmen. Aber insgesamt sind wir wirtschaftspolitisch katastrophal aufgestellt im Moment. Es kann nicht sein, dass in einem Land, was sich insbesondere seit dem Zweiten Weltkrieg dadurch auszeichnet, dass wir tolle Maschinen bauen, gut organisiert sind und innovativ sind. Es kann nicht sein, dass jeder Zug zu spät kommt. Es kann nicht sein, dass irgendwie jetzt trauriger Negativrekord, ja jede 10. Straßenbahn kommt zu spät. Es kann nicht sein, dass wir 20 Jahre viel zu lange brauchen, Jahre zu lange brauchen für einen Berliner Flughafen. Es kann nicht sein, dass wir in Stuttgart keinen neuen Bahnhof gebaut bekommen, ohne uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Stuttgart 21. Es kann all diese Dinge können nichts. Es kann nicht sein, dass wir nicht eine vernünftige Migrationspolitik auf die Reihe bekommen. Wir brauchen gute Leute aus dem Ausland. Wir brauchen sie dringend und wir schaffen es nicht dafür, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Es kann nicht sein, dass jede Schultoilette aussieht wie eine Kloake und es einfach nur noch widerlich ist. Es kann nicht sein, dass wir nicht in unsere Infrastruktur richtig investieren. Es kann nicht sein, dass du in ein Krankenhaus, in eine Stadtverwaltung läufst und Stapel von Papier vorfindest und 39 Mal auf allen möglichen Formularen deinen Namen eintragen musst. Alle diese Dinge können nicht sein und dementsprechend fallen wir in allen relevanten wirtschaftlichen KPIs ja auch hinter diversen Nationen zurück, weil wir uns im Tiefschlaf befinden. Im Tiefschlaf, aber sind wir auch zu ängstlich? Nee, wir sind zu bequem, zu fett, zu langsam, zu ängstlich. Was können wir tun für die nächsten Generation? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ja, ich meine, wir haben immer alle Zukunftsängste irgendwo auch und du willst ja auch, dass deine Kinder an einem Standort du als positiv bewertest, groß werden. Wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann wird man da schon sehr paranoid und denkt sich, was kann ich da tun? Also ich bin immer noch, ich bin überzeugt von Deutschland. Ich glaube, dass es, es ist nicht umsonst einer der wertvollsten Pässe der Welt. Es ist ein tolles Land. Man kann hier extrem gut leben und ich glaube auch, dass ich zum Beispiel als Unternehmer, ich habe beispielsweise auch kein Problem damit, hohe Steuern zu zahlen. Aber in dem Moment, wo wir mit dem 11.000. Einkäufer in der Bundeswehr nicht mehr erreichen, sondern immer noch eine desaströse Truppe vorfinden und in dem Moment, wo die Infrastruktur, obwohl wir das alles tun, immer noch nicht so aussieht, wie sie aussehen sollte und uns viele Länder davonlaufen, muss man sich eben fragen, was wir ändern, was wir ändern können. Das ist im Moment ein großes politisches Problem, mit dem ja auch alle Parteien ringen. In zehn Jahren, weil jetzt reden wir darüber, wir reden ja schon seit 20 Jahren gefühlt darüber, aber wenn das jetzt in zehn Jahren immer noch so ist, würdest du sagen, Deutschland ist immer noch rund um das Land? Ich möchte hier nicht weg. Ich möchte hier Familie haben, ich möchte hier leben, ich möchte, wir können als Unternehmen noch gar nicht woanders hin. Jetzt werden wir natürlich immer, immer auch noch weiter internationaler, fertigen aber einen Großteil, einen ganz, ganz großen Teil unserer Produkte immer noch hier in Deutschland und das wird auch so bleiben. Ich glaube, dass man sich immer die Frage stellen muss, wie können wir denn konstruktiv diese ganzen Probleme lösen? Da muss jeder seinen Beitrag zu leisten, die Politik muss ihren Beitrag zu leisten, indem sie eben vernünftige Regelungen findet und wieder, endlich einmal wieder als Ermöglicher funktioniert und nicht als Verhinderer und die Wirtschaft muss ihren Beitrag dazu leisten, indem sie weiter, wenn sie dann den Raum bekommt, auch gute Ideen zu haben, auch gute Ideen hat und eben Arbeitsplätze schafft. Meine Rolle ist ganz klar, meine Rolle ist in der Wirtschaft und meine Rolle liegt in diesem Kontext daran, dass wir eben viele, viele hundert Arbeitsplätze ermöglichen und so viele gute Ideen finden, dass wir das auch die nächsten Jahrzehnte tun können. Ich möchte nicht weg, ich möchte nichts anderes machen, ich möchte mit der Geschichte, mit dem Laden, mit meinem Team, was das sensationellste und beste Team ist, was ich mir je vorstellen könnte, möchte ich hier weiter wachsen. Absolut. Sehr schön. Wir sind ja bei Teaching Finance, deswegen können wir nicht anders, wir müssen die Frage stellen. In was investierst du dein Geld? Am liebsten. Hast du irgendwelche Favorite-Anlageformen, Immobilien, Aktien? Tut mir leid, dass ich dich jetzt hier kurz stören muss, aber ich habe eine kurze Bitte an dich. Diese Videos regeln, um mich nicht zu produzieren und den Weg zu machen zu unseren Podcast-Gästen. Das ist zwar mega aufwendig und sehr kostspielig, aber es macht uns extrem viel Spaß. Tut uns bitte nur einen kurzen Gefallen. Abonniert diesen Kanal und like dieses Video und zwar genau jetzt. Dauert nur eine Sekunde und damit unterstützt du uns extrem und das stellt natürlich auch sicher, dass wir auf diesem Level weitermachen und uns sogar steigern können. Vielen Dank und jetzt viel Spaß weiterhin mit dieser Folge. Ich glaube, eine einzige Aktie, dass wir Brabus gegeben haben. Tatsächlich? Ja, eindeutig. Du stellst ja logischerweise immer die Frage, wo investiere ich mein Geld und bisher ist es sehr sinnvoll gewesen, in den letzten Jahren auch immer weiter in das Unternehmen zu investieren. Bist du einziger Anteilshaber? Nein, es gibt innerhalb meiner Familie noch einige andere, die auch Anteile halten. Ich halte 60 Prozent der Anteile an Brabus insgesamt oder eben der TSC Holding, unserer Dachfirma. dass es gibt ein paar andere, also Immobilien. Ich mache immer wieder das ein oder andere Immobilienprojekt, hauptsächlich im gewerblichen Bereich. Ich bin leidenschaftlicher Ohrensammler. Das ist, glaube ich, ein Thema, was das hattet ihr, aber wir haben vor Mittag zusammen gegessen, auch immer wieder eine Rolle spielt und investieren ansonsten wirklich mal quer durch die Bank. Aber das befindet sich alles das befindet sich alles in einem Bereich, das kann ich nicht als irrelevant bezeichnen, aber eindeutig ist das, was auch in Warren Buffett zum Beispiel mal gesagt hat, er sagte, I own one stock, Berkshire Hathaway. Und das ist jetzt ein bisschen schräger Vergleich, das ist mir auch bewusst und ich will mich in ganzer Weise mit Warren Buffett vergleichen, dass hinterher wieder einer kommt. Aber I own one stock. Okay, bravo. Interesting. Es hat Maurice vorhin das gesagt, was jemand, der im Leben immer das Glas halb leer hat, sagen würde, ja, er hat ja geerbt, er hat Glück gehabt und ich sage das mal aus der anderen Perspektive, so wie wir es eigentlich sehen. Ich habe nur die Frage gestellt. Wie es einer sagen würde. Und jetzt, wie wir so eigentlich denken, und zwar ist, glaube ich, das Beste, was einem Geschäftsinhaber und Gründer passieren kann, das ist der Traum eigentlich, dass wenn man ein Kind, einen Sohn, eine Tochter hat, dass die auf diese Art und Weise mit dieser Passion, die man selbst hatte, um das Ganze überhaupt zu gründen, das Ganze weiterzuführen. So, jetzt haben wir noch ein paar Jahre vor uns, noch relativ frisch dabei, aber irgendwann wird auch vielleicht bei uns der Tag kommen, der Nachwuchs und dann überlegst du dir auch, okay, was gebe ich meinen Kindern mit, damit sie das irgendwann hoffentlich so gut machen wie der Konstantin bei Brabus. Was würdest du deinen Nachfahren mitgeben und was würdest du uns als Gründer oder anderen Gründern generell mitgeben, was müssen sie mindestens ihren Kindern mitgeben, welche Tipps, welche Erfahrungen, die du gemacht hast, die das verwirklichen können. Ich kann nicht mehr lange Gedanken, aber mache ich die Antwort jetzt mit dem, was mir spontan in den Kopf kommt. Das ist Leidenschaft und Disziplin, also die Fähigkeit, sich für Dinge immer wieder neu begeistern zu können. Begeisterungsfähigkeit und Disziplin, also die Fähigkeit, Dinge auch mal durchziehen zu können, abschließen zu können und auch mal durchhalten zu können, wenn es eben schwierig wird. Das sind jetzt die Dinge, die mir spontan einfallen, aber hey, das ist eine Abschlussfrage, mit der man sicherlich sich auch ein bisschen auseinandersetzen zu können. Hast du dich mal mit der Frage auseinandergesetzt, ob du überhaupt das Ganze dann auch weitergeben willst? Also spielst du mit dem Gedanken überhaupt? Ich sage immer, wir managen die Company grundsätzlich im Moment erstmal hin auf zwei Variablen, das eine ist Speed und das andere ist Resilience. Was meine ich im Speed? Also wenn du Geschwindigkeit, in dem Sinne ist für mich nicht die tatsächliche Geschwindigkeit, in der wir Produkte auf den Markt bringen, sondern es ist eigentlich das, was mathematisch gesehen die Steigung wäre. Also wie schnell werden wir schneller oder langsamer? Mit welcher Geschwindigkeit entwickeln wir uns? Also wie schnell beschleunigen wir im Autosprech oder wie schnell bremsen wir ab? Und mein Ziel ist es, und ich bin überzeugt davon, das sehen wir auch in den letzten Jahren, dass wir die Marke Brabus, dass ich mein Job bei der Entwicklung der Marke und des Geschäfts, was dahinter steht, dass es mit Dynamik zu tun hat. Meine Aufgabe ist es, hier eine Dynamik zu erzeugen, die alle mitnimmt und dann so eine Art Spirale zu erzeugen, die uns immer weiter trägt, die eben insbesondere, weil es viel mit Leidenschaft zu tun hat, begeistert, wo alle Lust drauf haben, sich immer nochmal ein bisschen mehr reinzuhängen, immer nochmal mehr Gas zu geben. Oder wir auch wirklich interessante Neuzugänge finden, die hier ins Team kommen. Wir haben im letzten Jahr noch auch einige Kolleginnen und Kollegen gewinnen können, die von außen reinkommen und die brauchen, die haben auch das Gefühl, dass sie in den Laden kommen, was passiert, wo Aktion ist, wo richtig was los ist. Das hat damit sehr, sehr viel zu tun. Heißt das, dass Brabus auch in Familienhänden bleiben soll? Ich, das war der erste Teil der Antwort. Also die, wir managen die Company auf Speed und Resilience. Speed ist das eine. Resilience heißt Widerstandsfähigkeit. Also, dass wir hier auf eine Art und Weise den Laden führen und managen, wo wir zwar Risiken eingehen, aber auch eben immer wieder uns die Frage stellen, wie können wir hier gesund wachsen? Wie können wir den Laden weiterentwickeln, ohne immer alles aufs Spiel zu setzen und alles vor eine Karte setzen zu müssen? Das ist ein typisch deutsches Thema, by the way. Also Amerikaner sehen das völlig anders. Da ist dann 10x or out und wenn du, wenn es dann kaputt geht, ist es, ist es egal, ist vielleicht ein bisschen hart, aber dann machst du eben das nächste Ding. Der typische Familienunternehmer denkt da, glaube ich, ich zumindest, du hast so, denkt da etwas anders. Würde ich das Unternehmen gerne an irgendeinem Punkt weitergeben? Heute sage ich ja. Es ist aber, um es ehrlich zu analysieren, dafür noch viel zu früh. Wenn ich mir anschaue, was wir hier in den letzten Jahren geschafft haben, dann muss ich zuerst mal sagen, es ist absolut faszinierend, wie in welcher Geschwindigkeit und welcher Form wir die Marke hier weiterentwickelt bekommen haben und das Unternehmen auch entwickeln dürfen. Es sind viele Faktoren zusammenbekommen, auf die ich einen Einfluss habe, aber die ich nicht alleine, die ich nicht alleine bestimme. Du musst ein bisschen Rückenwind haben, es müssen die richtigen Produkte, es muss die richtigen Produkte geben, auch bei uns natürlich in der Basis, also G-Klasse 9, 11er zum Beispiel. Und dann musst du das in der richtigen Zeit machen, in einem guten wirtschaftlichen Umfeld, mit den richtigen Leuten und so weiter und so fort. Und dann kann das funktionieren. Und wir haben das hinbekommen. Ich bin immer sehr, sehr vorsichtig damit zu sagen, weil ich jetzt hier der Unternehmensnachfolger bin, also weil ich jetzt der neue Chef von Brabus bin, geht es jetzt hier total nach vorne. Nochmal, meine Rolle ist, Experten entweder unterstützen, wenn sie schon da sind, oder reinholen, wenn sie brauchen und dann den Experten aus klare strategische Richtungen mit denen gemeinsam arbeiten, den Leuten aus dem Weg gehen, das Team machen lassen und dann entsprechend steuern. Aber ich bin nicht dafür verantwortlich, den Menschen Dinge vorzubeten. und ich bin noch nicht der alleinige Erfolgsfaktor dieses Unternehmens, bin ich ganz weit von entfernt. Und wir haben eine Menge Glück gehabt. Und das gehört auch ganz ehrlich dazu, in den letzten Jahren, um dahin zu kommen, wo wir heute sind. Das ist außerdem auch überhaupt gar keine Garantie, dass es in Zukunft so weitergeht. Also nur weil wir die letzten drei, vier, fünf Jahre, zehn Jahre, fünfzig Jahre erfolgreich waren, ist das keine Garantie dafür, dass wir nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren genauso erfolgreich sind. Nur weil du zehnmal Meister warst und nur weil du x-mal Meister warst, der FC Bayern beispielsweise, ist überhaupt kein Erfolgsgarant dafür, dass du das nächste Jahr auch wieder Meister bist. Gibt es ein paar Zutaten, Regeln, Art und Spieler zu managen, Spieler einzukaufen, die wahrscheinlich dafür zu beitragen, eine Reputation, die dazu beiträgt, dass du die Chance hast, das zu sein. Absolut. Die musst du aber auch wahrnehmen und das ist mein Job. Und trotzdem, glaube ich, gehört es dazu, ziemlich humble, an die Aufgabe, ranzugehen. Ich sage unserem Team immer wieder, der Moment, wo wir anfangen, einen Millimeter über dem Boden zu schweben, weil wir meinen, wir sind was Besonderes, ist genau der Moment, wo du an der Klippe stehst und nicht realisierst, dass du da stehst und wo es dann ab nach unten geht. Und dafür möchte ich nicht stehen. Sehr inspirierender Talk, muss ich echt alles sagen. Konstantin, wir haben dir sehr, sehr gerne zugehört, extrem viel gelernt. Wir danken dir für deine Zeit und hoffentlich nicht das letzte Mal. Schön, dass du da wartest. Ich habe mich gefreut. Danke, dass ihr viel Mühe gemacht habt, hergekommen seid, euch den Laden angeschaut habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden, wenn natürlich die Reise euch gefallen hat, könnt ihr ja dabei sein. Aber ich nehme an, ihr verlinkt alle Kanäle. Definitiv, definitiv. und wir werden noch dieses Jahr auf Insta und YouTube wieder und TikTok inzwischen auch. Es überrascht mich, dass das doch so viele Leute erreicht. Ja. Wieder richtig, richtig, richtig brennen lassen. Haben natürlich dieses Jahr wieder eine Signature Night im Herbst, allerdings diesmal sind wir ein bisschen später dran, weil wir einige Produkte erst dann fertig haben. Und es passiert so, das ein oder andere, was sicherlich spannend wird. Wir werden es sehr, sehr gespannt beobachten und hoffentlich sind wir auch bei der Signature Night mit dabei diesmal. Schauen wir mal. Könnte ich mir gut vorstellen. Wir werden es sehen. Herzlichen Dankeschön. Top. Mach's gut. und dann gleich, wie bei der Signaturen wird es sehr, Vielen Dank.